schön die trichter nach unten führen das heißt ich mache dort unten erstmal so eine zwischenkiste so dass dort unten alles zwischengelagert werden kann wenn jemand ein struktur hat gerade könnte der ein bisschen Holz formen naja ich baue jetzt nicht wieder drauf haben also dann muss ich dann später selbst Holz formen gehen das kann rein, das kann rein, das, 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 das kein Problem, mache ich dann später dann kann ich Holz formen, jetzt muss ich im Haus formen Trinni, bist du raus geflogen, hä? nee, ich bin einfach vom Zerber gegangen um einmal auf meine Testwelt zu gehen um nochmal zu gucken andere frage, das wird zwar die bescheuerteste idee von mir jetzt sein aber warum eine abkürzung? wenn ich jetzt von meinem haus oben springe und unten aufklatsche bin ich dann tot? nein, probieren wir es einfach mal aus, nö, drei Herberzen habe ich verloren ich habe sogar nein gesagt lol wie unerwartet das jetzt glaube ich, ich habe damit gedacht, dass ich jetzt aufklatschen tot bin jeder der jetzt ja gesagt hat, das ist einfach nur drauf ich habe aber nein gesagt nee, jetzt ist doch nicht, ich dachte auch, komm, lass mich, nee, mit dir diskutieren, das macht keinen Sinn ich wollte zu Störzer, das ist wirklich passiert hä? so jetzt kann ich einfach hier, so, ne? mein Gott, wenn du an beiden leckst ja nicht mehr, was soll das denn für ein Verarscher? hä? wenn du an beiden leckst ja nicht mehr, was wird nicht jetzt hier los, was soll denn das? ja, zum Glück haben wir einen neuen, ähm ja gut, diejenigen, die es nicht wissen, wir haben einen neuen, ich habe, wir haben einen neuen Server, der stabiler läuft ja ahhh, dieser ganze Stein, der hier durchgebrochen wird, meine Fresse das gute dran ist, bei dem brauche ich mir keine Gedanken machen, ob der dieses System hier aussieht, was ich mir gerade hier baue, ne? ja bei dem Nitrado Server ja, was geht das? sorry bei dem Nitrado Server hatte ich echt die Gedanken so gedacht, ähh das wird eher zum lecken führen, dieses Teil bei dem Nitrado Server, bei dem brauche ich mich keine Bedenken die Städte der Bauer versprechen diese noch einlösen das gemacht haben du musst dies nicht mehr zahlen für den Server ja und wie gesagt das ist erst mal das Übergangsweise ja guck mal wenn es läuft nicht wie die alte Nitrale oder Herr Server so boah du musst auch mal dein Block hier oben ein bisschen umsetzen beim Eingang darum eine Reihe im Abform vor dem wir uns zu schütteln in den Kopf da oben in der Fußboden ja das mach ich dann noch so ähm jetzt haben wir erstmal den Strang nach unten der das dann befeuern wird die Kiste und von der Kiste aus gehts dann wahrscheinlich in das Lagersystem rein hallo hier unten wenn dann irgendwo die Gleise rauskommen von den Jungs äh soll ich die schon bauen oder soll ich nicht bauen für dich ähm wenn du die hier erstmal irgendwo hier so rausgelegt bekommst also hier endend also ich mach dir hier so eine Dingsreihe hier das ist die Barriere weil er nicht erstmal dann kann mal jemand von mich mal gleich bei meiner Spitze reparieren gehen ich hab da immer keine Lute kann da nicht hin ja kann ich gleich mal machen weil ich meine auch nochmal reparieren kann wo wir dann dann bauen wir das System da nicht hier so ne so muss ich ja hä da ist er ja wieder gegangen da René ach ich erinn mich noch nicht eine gute Zeit und René geht raus server blääääääääääääääääää Das ist der alte Server. Rene, hier kommt rein im Server. Wo ist der Server? Der alte Server. Achso, ja. Der hätte echt abgekackt. Würde ich nicht wissen, ich werde nicht sein eigener Server bauen, deswegen. Da können noch mehr Leute drauf. Ich glaube, Rene, 40 Gigabyte reichen für ein paar Leute, ne? Wenn wir hier zu dritt gerade mit 11 Gigabyte rumdünkeln. Soll ich deine Spitzhäcke jetzt reparieren? Ja, gerade brauche ich sie aktuell noch kurz. Ich muss ja den Gang noch hier zwischen. Außer du bist jetzt auch so sehr schnell. Würde ich nicht, aber ich wollte mal fragen, hast du dort hinten eingepinkelt? Ne, ist ein bisschen was rausgekommen. Ja, deswegen ja. So, ich muss mal kurz die Microsoft auf dem zweiten Monitor noch öffnen, dass ich mir mal kurz die Schaltung nochmal anfangen kann. Alles. Ich glaube, ich kann wirklich. Zwei dumme einen Gedanken, Rene, ne? Ja, verhext. Ich habe mich halt wirklich um einen Block vertauscht. Ohhhh. So, ich muss jetzt... Ich tue mir mal schnell mein Microsoft auf dem zweiten Monitor öffnen. Das ich ähm... ...neine Schaltung machen kann. So, wo ist denn die Welt? Hier ist die Welt. Schade, es gibt wie auch keinen Krieg. Egal. So, ist gut. Ich wurde verarscht. So. So. Eins, zwei. Ah, okay. Ja, gut, okay. Das bitte vier Stück. Ich will nicht nur so ein Stück höher bauen. Von da passt das. Mann, ich hasse was an dem Spiel zum Bauen. So. Okay, das tue ich jetzt mal auf dem zweiten Monitor schieben. So. Okay, tust du nicht, Mama. Was? Achso, den Renni meinst du? Ja. Deine würde dich nur belauschen. Er würde nicht reinkommen, was sagen. Das ist mir wurscht, also. Leute. Hä? Was bin mein zweiter Beobachter? Hä? Mit deinem Arsch. Mit deinem Arsch. Mit deiner Mutter, ja, richtig. Jungs, chillt mal. So, das hier brauchen wir nämlich immer. Mein Auge brennt. Wat? Mein Auge brennt. Seit zwei Tagen oder so. Ja, weil mir tatsächlich auch ein bissl brennt, weil ich, wie gesagt, bis vier Stunden, zwei Stunden, zwei Minuten gepennt habe. Aber auch nur, weil ich echt mies gepennt habe. Wie braucht man denn nochmal einen scheiß Beobachter? Was? Für den Beobachter brauchst du den Niederquartz. Was? Für den Beobachter brauchst du den Niederquartz. Ich? 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 Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ok, so war das. Jetzt hat sich woher das hier... Ich habe Beobachter eingegeben und bekommen das Quarfin-Rezept vom Pisten. So nämlich. Jetzt müssen wir den hier so machen. Naja, das greift ich doch nicht wirklich. Genauso. Naja, warum bekomme ich einen scheiß Quarfin... Ich beobachte einen. Ich bekomme einen Quarfin-Rezept für einen scheiß... Ähm... Command-Block. Ich beobachte einen. Ich beobachte einen. Ich beobachte einen. Ich beobachte einen Quarfin-Rezept. 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 Halt. Wos ich hier so n'n Zocker machen... Ich beobachte einen Quarfin-Rezept. Ich beobachte einen Quarfin-Rezept. Er soll sich die Quarfin-Rezept. Es ist ein Quarfin-Rezept. Ich baue grad was ab. Ich baue nämlich grad das Systemaufmittel. So. Und jetzt tun wir die Trichter von dort hinten nach da drüben wieder ziehen. Die beste Arbeit aller Zeiten, die man machen kann. Ja, dafür haben wir dann ein richtig schönes Lagersystem. So, jetzt nochmal wie ein Lichtsensor. Ach, verdammt Angst. Hier ist Lichtsensor, ja. Wie wird der gebaut? Guck, das sind einfach mal der Minecraft Wikipedia. Drei Quarz, drei Slabs. Guck, so teuer ist er gar nicht. So. So. Was hast du nicht abwornen? Die Trichtern immer mit. Jetzt weiß ich auch warum ich die Treppe hier hinten runter führe, dann hier drunter und dann unter dem System lang und hier drüben damit rauskommen lassen wahrscheinlich. So. 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 Jetzt brauche ich kurz hin. Hast du völlig gleich Glas noch? Warte mal kurz. Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, zwei, drei. Das würde gerade so passen. Passt das. Äh, was, Glas? Ja, drei Stück. So. 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 뉴� preventieren. So. 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 Okay. Ja, bin wir da. Jo. So. Alter, das wird echt lange dauern, bis ich das fertig bekommen habe. Aber egal. Ich finde, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So. Ja, hattest noch. Hä? Du hattest noch. Okay. Dann gehe ich mal ein bisschen Holzformeln. Irgendwann mache ich noch andere Hälfte. Weißt du? Ich gehe zu dir um das zu bauen, aber nimm das Quart nicht mit. Hä? Hä? Ähm. Eine Baumform werde ich irgendwann untermachen. Oder irgendjemand noch. Und ich seh mal ein bisschen weiter. Ich kann, dass man sich dann ... Ich weiß nicht, dass ich so auch schon ... halt wo ist denn Niklas? Niklas? hm wie weit bist denn du mitbauen? gar nicht was heißt denn hier gar nicht? hm was ist denn los? was denn? warum kommst du denn hier voran? was ist denn das? was ich dann sagte mir, dass es wir haben der nicht das ist knapp weil knapp ab die die das Sagt du mal, ist Ralf überhaupt online? Nö, hast du dich für einen Kacklappen. Am Ende geht bei dem das Internet, ne, der würde hier was ausfüllen lassen. Ey, mach's doch, bei dem wurde auch von der Baufirma das Internetkabel durchgekappt. Durchs Stromkabel. Ja, ne. Ja, ne, 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 ne, ne. Ja, ne, ne, ne. Ja, ne, ne, ne. Ja, ne, 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 ne. Wie geht's mit seiner Spitzhocke? Hm? Ich hab mit Niklas kurz gefragt. Hm. Niklas? Weil du Olke gesagt hast. Hä? Weil du Olke gesagt hast, deswegen hab ich nur reagiert. Ne, hab ich gar nicht. Ich hab gesagt, wie es in seiner Spitzhocke geht, hab ich gesagt. Oh, wow. Niklas? Ja? Wie geht's in seiner Spitzhocke? Geht's? Sehr am Arsch? Nö, die geht lang, ganz so ein bisschen. Sag mir einfach Bescheid. Oh, ich bin überall auf dem Berg, wo wir wieder cool laufen, ein bisschen. Uiuiuiuiuiuiui. Böhm! Einmal mal ein paar Küste Nödel. Zuck mal, zuck. Master. Hä? Was denn? Warte mal. Hä? Hä? Nein, nein, nein. Ich hab gerade meine Redzone-Schaltung falsch eingestellt. Nein! Hä? Ich hab keinen Bock, das noch mal zu bauen. Gib mir Erde. Was? Ich bokeh der Erde ab. Hä? Hä? Genau jetzt. Sind jetzt die Katzen tot? Hä? Ist das falsch? Ich hab keine Zeit für dich. Ja, verpiss dich, du scheiß Geläb. Ich hab keine Zeit für dich. Hä? Hä? Da muss jetzt was falsch. Ja, das wird langsam ja. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ja, ich hab keine Zeit für mich. Ja, ich hab keine Zeit für mich. Zuck. Oh, ja. Das hier? Das vielleicht noch? Ich muss hier noch... Ah, ich versuchte jetzt mal... Ich versuchte jetzt... Okay, jetzt geht's. das ist doch noch genug platz das ist doch schön Ich weiß nicht, ob ich noch weitergehen kann. Okay. So... 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 Weißt du... Ähm... Meine Farm ist jetzt fast fertig. Das? Ja. 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 Nä. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Sehnsucht So, da bin ich wieder Ja ok, ich mach mir gleich was für Essen Was? Ja, ich mach mir gleich Radion, wie ist's? Wo ist Niklas? Ich bin nicht weg Was? Ich bin nicht weg Ja ok Ah, jetzt will ich wieder was machen, bitte Das Rennfrocke setzt ein Geschildet von 4,5 Stunden Schlaf Ach ne, Alter Ey Master Hä? Hätt's sagen können Gespendet von 4 Stunden Schlaf Alter, Mitte, aber das erste Segment von dem Ding hier ne? Was vielleicht grad mal 2% des Lagersystems sind Das sieht schon satisfying geil aus Die Wand Kann man machen auf jeden Fall Das sieht gar nicht mehr so scheiße aus Mhm Bloß, dass es ein XXL großes Lager wird Für gefühlt 4 Millionen Items, keine Ahnung ob das stimmt Oder mehr Oder weniger 2,8 Milliarden So, wir machen gleich mal insgesamt 3 Amboss So Weil ich jetzt sehr viel schreiben muss Mach 5 Mach 5 Wiechen Ich weiß Woe an mehr geht Nee, kredit ist wohl auf jeden Fall Für... 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 ehhh... weitere Häuser Oh, Alter ne... Gravel Atemordnot, ähh, Kravel Über Was auch nicht pro? Wo? Jetzt hätte ich Slime über Nee, ich rede jetzt wirklich von Gravel Gern, klar, guck an mir Darf ich noch was, Stack? ja ich guck da bei dir Aaaaah Redstone reinwerfen ich brauch den ganzen Redstone ne ich muss erstmal gucken also erstmal will ich mal gucken wie weit ich mit meinem Zeug jetzt grad komme und danach tue ich mich zur Not bei dir noch bedienen was das Redstone angeht ja das kommt gleich her so hat der Trainer hier noch Gravel ja 34 ja nimm ja nimm ich auch so und bei Niklas muss das jetzt wo liegen na Kirsta ach du scheiße ja Niklas das wird reichen für sehr viel anfangen ähm Martha ja raussitz gerade nicht ich sag nur die Farm ist seit zwei Minuten fertig die waren drunter die waren drunter ähm die waren drunter ähm ähm die ja nicht gezogen werden können vom System aus dann und ähm da brauche ich dann ähm sehr viel pro Item was dort reingeht brauche ich jeweils 41 Items davon ähm dem Lagersystem dann sagen genau das kommt rein sonst rutscht das sonst irgendwo hin genau dafür bräuch ich das deswegen werde ich jetzt hier ganz verspitaliert das hier machen verdammt und ich war grad weg und was haben wir aus ein ja so 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 Das ist hier. Das ist hier. Hmmmm Okay. Okay. Huh. Okay. So, da bin ich wieder. No. So. Nein. the the program So. Das war's für heute. Ja, wo verrechnen jetzt den Creeper? So. 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 Ein bisschen am Stein wird durchgebraten. Das ist doch noch. Ja. Dann brauchen wir das hier nämlich noch. Dann brauchen wir noch das hier. Dann nehmen wir gleich noch das Granit dazu. Okay. So. So. Okay. 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 Du brauchst eigentlich noch eine Melonen zum Handeln oder brauchst du keine Melonen zum Handeln ? Das kann ich dir jetzt gerade noch nicht so genau sagen. Sonst würde ich vielleicht die Farben ein bisschen vergrößern. Aber ich würde es nebenbei noch nehmen. Jetzt hinten das richtige Gravel verwendet. Ja. Ne, da auch noch nicht. Da auch noch nicht. Zack. 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 Oh, Alter. Ja, ich komme dann gleich wieder. Jetzt kann es brutal klar werden. Wieso? Ich lasse mal die erste Ladung durchlaufen. Durchladung. Aber was ist denn? Warte, ich komme gleich. Warte. Geh hier runter, du scheiß Idiot. So, das geht so. Ich lasse das so ein bisschen durcheinander laufen. Also das, was ich jetzt momentan einlagern kann, das lasse ich jetzt auch einlagern. Das, was noch nicht geht, geht noch nicht. Wir lassen es aber nicht von irgendwo einlagern, nämlich von dort oben, wo es erstmal eigentlich dann reinkommt. Zumindest von mir alles. Von den Jungs kommt es dann in die Kiste, wo die jetzt die anderen Trichter einmünden. Oh, also mein Rücken tut langsam weh. Oh, egal. Ach so, Moment. Äh, Niklas, kannst du mir mal zwei Kisten machen? In der Kiste, wo vorne liegen, äh, liegt noch Holz von mir. In der, da steht ein Lagersystem drauf in der Kiste. Da müsste noch Holz drin liegen. Eine Doppelchestreicht. Leute, die da sind nicht allein. Ja, das permet. In der Kiste wird das Kiste geändert. Wo ist es, keine Ahnung, dass dieforme bin. Nee, ist doch gut. Wo ist es? Oder? Wo ist es? Du, kommst. Jo, kommst du! Ja, gehst du. Und du, kommst du. Du, kommst zu mir. Dann muss dir das Kiste. Du, kommst du, kommst du. Kannst hier oben drauf stellen, auf den Trichter, ich hab mein Inventar voll. So Niklas, jetzt ne. So auf und auf runter. Ich hab jetzt vier Kisten, also acht Kisten hat jetzt das Lagersystem unten bekommen mit Cobblestone. So, mal gucken was jetzt hier zuerst blinkt. Ah, ich seh was es ist. Cobblestone kommt hier. Das ist... Ja, Prinko. Niklas. Funktioniert. Komm mal hier rein. Ne ne, das fängt von unten an. Kommst du und ist weg. Hä? Kommst du und ist weg. Ne ne, das kommt von oben weiter runter gelaufen. Niklas, das ist noch nicht weg. Du hast das Kies grad dran. Aber jetzt hab ich das Lagersystem nämlich doppelt ähm, so jetzt tu ich, also jetzt hab ich meine Ladung oben drin, jetzt tu ich simulieren, als würdest du jetzt was reinschmeißen, ne? Jetzt stoppt's gerade. Hm? So, zack. Das ist der Flach. Verstocken. Was soll? Drücke ist an. Kompostzone ist wieder an. Ich wess. Und so werd ich das jetzt weiterführen. Einmal komplett die Runde, also wie ein User, dass dann aufgebaut wird. Das ist der hier, ne? Komm mal her. Hier ist jetzt schon die erste Ecke. Also die Ecke, die erste Ecke, zack. Hier geht's dann rum. Dort hinten genauso dann wieder. Dann geht's einmal in die Richtung und dann geht es wieder so zurück. Hm. Bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es wieder in die Richtung. Und tu dann dort hinten wieder enden. Hm. So ist das Lagersystem und das ist so, was ich meine, warum die Treppe dann unterirdet laufen wird. Hm. Weil, das krieg ich nicht, also ich könnte es hinkriegen, aber da haben wir dann weniger Kisten. Und ich hab dann gesagt, hab mir dann gedacht, mehr Kisten ist besser als, ähm, weniger Lagerplatz. Ja. Zumal das ist, dass ich jetzt schon dem Lagersystem zugewiesen hab, acht Kisten, ähm, Koppelstone. Hm. Und das wird noch nicht mal reichen. Weil ich meine ganze Kisten in Leras noch mehr. Naja. Uiuiuiui. Wie gesagt, die Kiste oben, die ist von, äh, von mir, ne? Hm. Und eure Sachen könnt ihr dann hier reinschmeißen. Das heißt, ihr müsst über die Redstone-Schaltung dann, ähm, die Redstone-Schaltung, was ihr machen, doch müsst ihr über die Redstone-Schaltung gehen. Das heißt, wenn, äh, da wird sich hinten irgendwo für euch, für euch so eine Struktur geben, wo es dann, äh, einmal zum Treppenhaus geht. Hm. Und dann einmal auch hier müsst ihr dann hoch auf die, über, auf die Redstone-Schaltung, und dann an die Kiste. Übrigens, jetzt wird kein, äh, kein Koppel reingefüllt. Was kann man das reinschmeißen schon? Ähm, Granit, äh, Antisidurid, äh, Erde, Gravel, Cobblestone, und dann die Prismarinen, also die, die, die Prismarinensteine. Dann komm ich jetzt wieder hier hoch. Die, die Siedle turnen noch nicht. Aber ich bin schon mal froh, dass das funktioniert. Dann hol ich mal, dann hol ich mal mein ganzes Koppelstum, oder? Ne, das war mir. Das musst du wissen. Aber ich bin froh, dass das nicht geklappt wird. Mhm. Was denn? Na nichts. Mein Pick ist übrigens so gut, wie da kommt der Tyler. Nice. War wieder mal ein bisschen Kohle unterwegs fahren. Das heißt, wenn das dann natürlich auch rund rum so läuft, also, das ganze Udern so läuft, bin ich komplett zufrieden. Das heißt, der Biegen muss irgendwann auch noch weg. Aber bis ich da angekommen bin am Biegen, dann das dauert noch. So. Ich fange mal mit dem Rest. Ich nehme jetzt das hier. Und das hier. Wenn ich Slimes hätte, können sie auch noch automatische Melonenform bauen. Ich weiß nämlich noch wie die geht, die gut funktioniert. Ich muss einfach mal rein gucken ob der noch Slimes hat. Ich weiße warum er Sticky pissen, das ist das nervig daran. Was mach ich jetzt eigentlich so ne Kacke, ich volle Idiot? Einzies der erste Weg der Beste zur Besserung. Ha, die Klappe dort in die Netze. Das ist wieder mies von dir. Egal, dann machen wir es jetzt einfach mal so. So, so. So, ne. So, nehm ich. Klappt ja aus, als ob es drei Energies ist. Welche nehm ich denn jetzt? Nehm ich Watermelon, nehm ich den Weiß nur und nehm ich den Standard. Den hab ich im Standard heute mal. Soll ich mal deine Kisten entleeren? Also mit der du da grubelst und drin ist? Doch nicht. Ja. Was macht meine Kisten? Mein dient dann, wenn ich da Bruchstäb finde, das hol ich mal da rüber. Ist er bei dir drüben? Ja, die Kisten meinte ich. Gut. Weil du hast ne Menge Bruchstäbben, du bringst das alles mal in deine Lage. Das ist alles alles, ja. Ja. Und zwar. Ich weiß nicht so. Meine Kisten bleiben noch so lange, bis die Fächerte auch alle bei mir erstmal. Naja, erstmal nur das was reingeht kann. Das ist Cobblestone und Granit. Äh, also hier. Was ich jetzt melde, ne? Mhm. Kies. Erde. Cobblestone. Granit. Andesit. Diorit. Und dann die drei, äh, drei Blöcke von, äh, von Prismarinen. Äh, Selatern noch nicht. Weil ich jetzt aber grad nur brauch. Jao. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack. Zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Du musst irgendwann mal oben deine Kiste verschleunigen, ne? Die geht nicht schneller. Wenn wir uns verdicht haben, ist die schneller. Ja, ne. Und das ist aber nicht der Ziel, weil eure Kiste unten ist. Eigentlich deswegen. Aber du kannst es oben erstmal mit reinschmeißen. Das ist ja dein Kram, wenn ich es oben bei dir auch rein. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich eh wahrscheinlich nicht so viel habe, auf einmal wie jetzt, ist das normal. Ja, genau so wird das dann aussehen. Die Wand. Und das Rundrum. So, das war das ganze Bruchstein auf deiner Kiste rausgeholt. Und ja, es heißt Bruchstein. Na, bei mir ist Koppelstun. Okay. Die erste Kiste ist noch nicht mal zur Hälfte voll. Also, ist alles gut. Das heißt, die beiden? Äh, die hier sind das. Die acht. So, du tue ich dann noch weitere Freischalten. Hm. So, was brauchst du jetzt noch? Ist das noch irgendwas zum Farmen oder brauchst du nicht nur zum Farmen? War es jetzt ein Radart? Ja. Momentan nicht. Brauchst du kein Holz mehr? Achso, Holz brauch ich dann noch für die Kisten. Ich hab mich das ja gefragt, warum du jemanden brauchst. Du bist, der Holz muss ich auch noch hier unten einlagern lassen können. Ja, ich kann dir jetzt noch Holzfarm genommen, was ist denn eine Menge? Komm, aber komm mal her, jetzt kannst du dir mal die Wand in der vollen Pracht angucken. Die, die es dann später aussehen soll. Ist das denn die Koppelstumwand? Nee, die hier vorne. Ich sehe nichts, das ist ein Blind. So soll sie dann später aussehen, das komplett. Nee, immer wird erst unten eingelagert und wenn die unten voll ist, geht es dann auch mal nicht erst mal die Oven. Okay. Also die voll ist, geht es dann in den nächsten Küsten. Die Trichter, die tun ja schon mit der maximalen Geschwindigkeit ab. Also eigentlich werden sie langsamer, aber die sind ja immer schneller. Ist ja schön, wenn man Trichter irgendwie schneller kriegt, irgendwie. Oh nö. Ich finde, sowas kann auch langsamer sein. Ich finde, das ist ja auch schon da. Ja, und das darf ich jetzt noch mit, ich glaube insgesamt, ja, 200, 400, 800. Also in der, sagen wir mal 1000 Blöcke insgesamt, sind das noch. Und 1000 mal 2 sind 2000 Kisten, die ich noch platzieren darf. Ja, dann muss ich mal ein bisschen Holz für dich noch. Das heißt aber, 1000, 2, 3, 4, sagen wir mal 6000, ähm, 6000 Tauber. Genau so viel, also fast so viel Redstone, also mindestens das Vierfache davon nochmal an Redstone, was dann hier liegt. Das heißt, ich hab nicht mehr Bock, die brauchen wir mal abzubauen, die sehen wie schön aus da jetzt, ne? Ja. Jetzt lasst du doch stehen, wenn ich keinen Bock haben mehr hab, weil die testen zu uns. Das heißt, wenn der Server und dein Server das dann packen, dann sind das echt Monster. Also, ich glaube, mein Server, der wird das packen. Ja, der hier auch noch. Also, ich hab zwar gesagt, ja, mehr Rechner, die wären hier schlecht, also mit dem Giga zum Prozessor, aber vielnäßig jeweils RAM müsste er schaffen. Also ich sag mal so, ich bin jetzt schon mal froh, dass das erste, das erste kleine Segment von der, von der Sortierung, also von dem Lagersystem schon mal steht und auch funktioniert. Also ich hab damit jetzt eigentlich die Bammel gehabt, dass ich irgendwas falsch gebaut hab. Mhm. Und das Ding damit immer nicht mehr funktioniert. Aber wie man sieht, ist schon, funktioniert. Bin wir ja da. Jo, René, komm mal runter, zu mir. Jo, ich komme. Ähm, ja. Ich hab so gerade geguckt, wie viel Zuckerer jetzt in der Zeit produziert wurde. Mhm. Wo ich nicht da war. Und? Ähm, zwei ganze Reihen sind jetzt produziert worden. Nice. Das kann ich noch nehmen, das hier. Das muss ich dann noch dem Lager geben. Das hier, das, 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 was ist das? Das, 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 das Ding da, mehr sind lang. Hm? Ich bin gleich da. Der reiche Typ ist wieder online. Mal gucken, wie viel Platz jetzt oben in der Kiste ist. Ich mein, mit Bits meinte ich. Achso. Nick, das ist eine ganze Reihe, der hat das jetzt gemacht, gerade. Nice. Haben wir jetzt den reichen Typ getauft. Also der, der dich zum Krieg ausgefordert hat. Ah, stimmt. Oh. Ja, vielen Dank, das war er. Ja, tut mir leid. Komm mal. Bin nicht in der Katze, wie ich meine Bombe. Bombe? Wo gehst du jetzt hin? Boyd, fahrt einmal in deinen Amboss. Unten stehen auch noch Amboss. Drei Stück. Weil Niklas wartet schon so ungeduldig auf seine Elytra. Boyd kann sein letztes Erschamten drauf machen. Hm? Hey, wo bist denn du? Ich bin runtergelaufen. Ja, warte doch mal kurz. Nee, ich bin schneller. Ich kill dich. The Redstone. Ja, ja. Ja, guck mal von Reiten. So wird's dann aussehen. Wie viele Stacks brauchst du ungefähr im Holz, René? Keine Ahnung. Sag ungefähr geteilt einfach. Weiß ich nicht. Was denkst du, wie viel brauchen wir denn für 2000 Kisten? Genügend. Also, René, so sieht das erste Segment aus von, keine Ahnung, ich würde sagen, 5% sind das gerade noch. Und es läuft auch schon vollautomal, Schätze. Also wenn du hier reinguckst. Ja. Acht Kisten hat jetzt Cobblestone gerade. Du kannst hier oben in die Kiste gucken. Das ist der Zwischenpuffer. Also für, wo ihr dann auch noch reinschmeißen könnt. Und oben die Kiste bei mir im Haus, die ist auch komplett voll. Und das sind die Kisten von dem, was wir hier ausgehoben haben. Ja, hab echt Spaß dabei. Das geht alles hier noch durch. Oh, der reicht jetzt bei 1200 Bits. Wie viel? 1200. 1200. Das ist hier ein Block gehabt, ne? Nein. Ich habe aus Versehen was einmal geplaced. Das war aus Versehen. Ah, das ist jetzt voll gut gespielt. Ne, dadurch. Sammeln bitte nicht. Ich habe das extra so ein Stück höher gebaut. Oh mein Gott. Weil das ist alles tiefer gewesen, hätte wahrscheinlich was zerstört. Nee, hier. Ne, aber ich bin froh, dass das Ding jetzt funktioniert oder läuft schon. Ja. Dass sowas wie Cobblestone schon eingelagert werden kann. Alter, okay, das ist ziemlich schnell, das Ding. Boah. Wenn wir das nächste hinterher schmecken. Erst mal die nächsten Items geben. Nee, Klaas, wo bist du? Weit weg. Okay, dann bekommst du halt nicht deine Digra. Bin zu faul, um weit zu laufen. Ich bin gar nicht irgendwo in der Nähe Holzbaden noch. Das heißt in der Nähe. Dass ich hier erne zum Beispiel zwei Kisten zur Verfügung gegeben habe, ist auch echt wagemutig von mir. Das wird mehr werden. Ist safe. Aber die ersten, es fühlt sich langsam anders an. Eine Bombe? Ja. Du hast die Typen nicht nur einholen. Warum? Ja, der stimmt mal mehr kriegt's. Ich werde den Typen noch einholen. Ich habe jetzt zwei Stacks. Ach, mach ich weiter. Ich hoffe, wenn ich schaffe jetzt in ein oder zwei Tagen vielleicht das Ding noch hoffentlich. Was? Oh, der Tisch verarschne ich wieder komplett. Naja. Ich habe jetzt übrigens mein letztes Holz zu Kisten verarbeitet. Ja, ich komme gleich mit neuen Holz. 42 Doppelkisten, damit habe ich jetzt erstmal wieder einen weiteren Lagerplatz gleich geschaffen. Soll ich gleich die Holzkisten umwandeln für dich, dass du gleich hast? Momentan ja. Ich habe ja insgesamt sieben Stacks Hopper. Mhm. Die sollten, also damit sollte ich erstmal ein Stück vorankommen. Aber Kisten ist halt wirklich das, was halt, ähm, pro Ding hast du ja, hast du vier Kisten. Mhm. Also vier einzelne Kisten, zwei Doppelkisten so gesehen. Mhm. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Kacken gehen, ich habe keine Ahnung. Ne, mal in der Gaviolis, guck. Ja, ich gucke auch mal in der Gaviolis. Wenn du es riechst, weißt du, es ist genau perfekt. Mhm. Also wenn es in der Brand riecht, weißt du, es ist perfekt. Und dann würde ich hier noch solche Itemframes drüber hängen, an die Kisten. So dass man weiß, was in welcher Kiste drin ist. Mhm. Also wenn du es so nimmst, ich habe nur eins, zwei, drei, vier, fünf Stacks. Was Stacks? Hopper. Achso. Damit sollte ich erstmal ein Stück kommen. Was ist denn mit wie viel ich jetzt schon, also wie viel, wie weit ich jetzt bekommen sind? Das sind so von zweieinhalb Stacks der Kisten gewesen. Mhm. Ich wusste, dass ich jetzt mal schnell zu dir nach Hause gehen muss, äh, und den Stein abholen muss, also hier den Stone. Ja. Das habe ich dem System zum Beispiel noch nicht mal beigebracht. Den Stone. Den gebrannten. Weißt du, was wir so auch irgendwann aufbauen können? Mhm. Ich will bei mir noch dieses System mit diesen automatischen Schmelzen vergrößern, ne? Mhm. Und wer dann noch ein zweites Gleis wird uns beiden bauen, wo wir dann so ein Liefersystem ungefähr extra. Fürs Lagersystem können? Weil ich werde das nicht wunderbar, lassen wir uns das bauen einfach so, das ist größer, bauen wir einen Raum dafür. Dann mit so einer Lohne, dann bauen wir eine für sie rüber, wird auch mal einsortiert. Ich weiß aber, ich weiß, wie du das meinst, aber ich glaub, ich hab dann lieber eine Antrede. Was Sinn? Nicht mit einer Lohne. Lohne meint dich. Wir machen das. Nene, wir machen das dann direkt mit dem Trichtersystem. Wir können auch machen. Weil, dann kann ich das nämlich viel, viel einfacher anbinden an das System. Weil mit der Lohne, mit der Lohne müsste ich, äh, müsste ich dann erstmal wieder eine Kiste machen und die müsste dann auch wieder da dran. Und mit dem Trichter kann ich gleich das an den anderen Trichter machen. Aber man kann's auch machen. Ich weiß, wie du das meinst. Problem ist, die Lohne, die müsste auf jeden Fall, äh, erhöht fahren. Sonst krieg ich das nicht an das System angeschlossen. Ich weiß, ich bin am meisten, sag ich immer noch Oldschool, deswegen, nicht wundern. Deswegen, das Richtersystem wäre sogar wahrscheinlich noch intensiver. Mh, aber teurer. Ja. Ja, dann lass uns mit der Lohne machen, aber die darf dann halt nicht, äh, nicht zu hohe, äh, nicht zu niedrig fahren. Sonst krieg ich die nicht an das System angeschlossen. Aktuell ist das Lohne auf 23. Kann man auch höher setzen. Hm? Aktuell ist das Lohne auf 23. Das ist, äh, viel zu niedrig. Weil, ähm, komm mal zu meinem Haus. Äh, sofort bin ich noch, ähm, Farm von Holz. Sag mir bitte schön, wenn du, wenn du bei mir im Haus bist. Hm. Und das mache ich mal das hier. Äh, welche Kiste? Oh, das hier. Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist dann das hier? Also, dem System kannst du jetzt auch, äh, den gebrannten Stein hinzufügen. Das hat das jetzt, äh, habe ich jetzt zwei Doppelkisten. Mhm. Erstmal. Sollte erst mal reichen. Boah, wenn ich jetzt davon, also ich bräuchte davon insgesamt 41, davon 41. Das krieg ich noch nicht rein. Und so. Erstmal genügend Holz. Komm jetzt zurück wieder. Ja. Ja. Für ein paar Kisten wird das noch, ja, für ein paar Kisten wird das noch reichen. Oh. 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 Hallo Jason. Hm? Hallo Jason. Willst du das auch mal lesen? Jason lebt ja noch. Naja. Da, also, ich stehe jetzt hier kurz, äh, gerade oben an der GSD. Wo stehst du? An meinen Kisten. Ach, hier ist noch Cobblestone, ja. So, komm mal mit. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ja. Wie schön. Oh Mann. Warum machst du denn das noch eine extra Crafting Table wenn die unten an, eh? Du hast ja mal noch das auch mal gesehen. Wir haben es aber nicht mal gefunden wo? Irgendwo? Nö. Ich hab' eine Grotte. Oh lol. Ich hab' einen Zombie getötet, der hat mir eine Grotte getötet. Nice. Nun, dann habe ich gleich die nächste Aufgabe. Ich baue gleich mal eine Grottenpfanne unten rein. Jo. Endlich haben wir Grotten. Viel zu spät. Ich weiß. Oh, besser als nichts. Na Jason, wie geht's dir so? So, Wanne, wo bist du? Hier hinten in der Kiste. Komm mal zu mir. Und dann gehst du mal bitte in den Spectator-Mode. So, du sitzt hier hinten die Trichter, die nach unten gehen. Mhm. Und dort müssen wir anschließen. Nicht dort ganz unten, hier oben am besten. Das heißt, wir müssen knapp unter der Erde fahren. Ja, da müssen wir aufpassen, weil wir haben über unten hier Wasser. Wir müssen gucken, welche Richtung unternehmen. Ich weiß. Ich weiß aber, wir müssen knapp direkt unter der Erde fahren. Nicht so weit unten und nicht so weit oben. Also direkt eigentlich unter der Oberfläche. Dass wir ziemlich weit hier oben anschließen können. Ich kann dir anbieten, die Höhe würde ich gerade durchkommen. Und ich weiß, diese Höhe. Ja, das ist Höhe. 47 kann ich anbieten. Das würde mir zureichen. Bloß wenn du mir die... Tun wir bloß eingefallen und tun mir nicht die Trichter oder drei Kammern. Ne, ne, weil dann seh ich doch gerade, sind wir sogar unter meiner... Unter der sogar. Das ist jetzt, weil ich wäre so die perfekte Höhe. Weil... Dann tust du mir einfach bloß die Schienen dort reinlegen und ich mach den Rest dann. Mhm. Also wie gesagt, Schienen reinlegen und den Rest kriege ich dann selber schon ne... Dann merk ich mir nur 47. Jo. Das wäre echt nass. Kommst du ihm nach oben? Hier, drinnen. Alter. Ey, Niklas. Hm? Guck mal wie schnell das jetzt hier durchzieht. Mhm. Reicht das eher noch so ein bisschen wie für ein paar Tinger wieder? Alter, ja. Alter. Danke dir. Wenn du was brauchst, davon entscheidest, dann hol ich mal wieder was. Was denn? Das hat Jason im Team. Dem geht's gut. Das gefällt mir. Jason, mir geht's auch gut. Bloß ich viereinhalb Stunden Schlaf warte. Übel mies gepennt hab. Und jetzt, äh... Seid fast... Ich bin seit 16 Stunden jetzt circa wach. Mir geht's immer gut, wenn's nicht schlecht geht's. In der Zeit habe ich auch das Ding ja noch aufgebaut gerade. Wie sieht denn die Kobbelst und Christ aus? Ne, das war sie nicht. Uh, Niklas ist die erste Kobbelst und Christ das Level. Was? Achso. Wo willst du es hinhaben? Ähm... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sechs, fünf, sieben und drei. Am besten erstmal in Blöcken. Und dann in die Kiste, wo direkt das Lagersystem draufsteht. Mini wird nochmal gebraucht. Na ja... Alexa, Licht ein Prozent. Nö. Ok... Weißt du was, worüber ich mal lachen würde, wenn der Alexa das sagen würde, Fick dich. Nö, die hat ein paar immer gedacht, dass ich das nicht verbinden kann, manchmal schon. Also es ist sowas, ob die Fick dich. Die Lampen hat sich manchmal einfach abgeschaltet, manchmal auch immer. Das ist ja gut, dass man einfach nur. Ja. So. Dass ich dann irgendwie da hier hochkomme? Oder? Das heißt, ich muss jetzt richtig in den nächsten Sack hier rumlegen. Aber damit haben wir das zweite Segment schon angefangen. Das ist die kurze Gerade und dann geht's wieder auf eine sehr große Gerade und dann eine ziemlich kurze und dann geht's wieder auf eine lange. Das ist jetzt wieder komisch drin vor. Wenn die mal so oft entsteht, wie gerade Bomben, ne? Dann hab ich immer das Bedürfnis, um die Beria-Blocken zu holen. Nee, komm, nee, mach das nicht. Mach ich aber nicht. Deutsche ist nur, dass ich bestimmt lustig finde. Ja, das wie ich weiß. Wieso renne ich jetzt eigentlich hier hinten rum, wenn meine Schalker-Boxen hier vorne sind? Sag mal nichts. Wenn du erst nur hast, dass ich es lustig finde, ne? Das ist safe, dass ich es lustig finde. Ich glaube, der würde sich einkacken, äh, und Pissen voll lassen. Okay. Ich hab ne Karotte gefunden, Bombe. Was hast du gefunden? Karotte gefunden. Was für ein Ding? Karotte. Ah. Wir können endlich das auch anbauen. Ja, Jason, okay, du hast anscheinend nicht zugehört. Ja. Und nochmal Moin, Jason. You got shabated. You got shabated. You got shabated. Hey! Und dann muss 장 reinsch separer sein. So, ich höre sich gar nichts. Sagt kurz. Der Spạtat ist sehr laut. es ist da war es so zu mir Nimm deine Enykma raus okay danke ich hab mich aber in dem einvernehmende Kartoffel-Farm geopfert dafür weil ich keinen Bock um neu zu bauen wir haben zu viele Kartoffeln diese eine Möhre in der großen Kartoffel-Farm Niklas wie ich es gesagt hab Jason würde es lustig finden oh ne bitte lass jetzt hier kein Wasser sein bitte kein Wasser bitte kein Wasser doch Wasser nein das Bomben jetzt wissen würde fettem Wasser einfach hier wir haben nur gerade was lustiges gesprochen das ist aber ja ja das kostet 2000 Punkte dieser scheiße Spade und es gibt Leute die sparen darauf was? ja kenn ich nicht weiß auch nicht ich bin es nicht ich war einfach die ganze Zeit da gibt es noch Punkte da gibt es noch Leute die kaufen noch nur Bits ne ich nicht ich auch nicht ich hab noch nie Bits gekauft ne dann gucken wir mal ne dann gucken wir mal wenn der erste 100.000 Bits erreicht dann haben wir Piran sich kauft oh ich musste mal gucken wo ist denn was hier für Flugzeuge rumfliegen wo sieht doch nicht Flugzeuge sind flugzeuge sind schöne Teile also you got you baited hallo servus toll kies alter wie komm ich wieder raus gar nicht das gefangen danke slime ähm ich glaub wenn würdest du Niklas jetzt das fragen ich glaub der würdet jetzt 100% der 747 sagen was denn das hast du mich die Jason gefragt was hast du denn gefragt geht immer noch um die Frage welcher Flieger dort fliegen soll wo da hab ich hab ich jetzt grad gesagt da würdest du bestimmt 100% 747 sagen wo fliegen sollen wo da ähm weiß ich doch nicht ich denk mal Transport Fieber verdammt von denen hab ich doch keine mehr Fettbewerse eigentlich okay ups 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 tun wir leid tun wir leid was brauchst du denn haben wir noch welche zwei stück was denn brauchst du wo brauchst du warte was denn was brauchst du Drei Redstone Fackeln, dreimal gebrannten Steine und einmal Nether Quartz. Und dann brauche ich auch noch Repeater. Wie viele brauchst du davor? Keine Ahnung. Mach mir mal vom Beten im Stack und dann noch ein Stack Redstone Fackeln. Ja. Boah. Nimm erstmal das Redstone, was ich habe. Näää. Ich sage, wir brauchen einen Stein und alles bei mir. Damit komme ich erstmal ein gutes Stück voran hier wieder. Mit dem System. 747 ist zwar schön, aber ARD 80 ist immer ein besseres Teil. Jo, komm gleich wieder. Gucken wir, ob meine Pots, äh meine Raviolis endlich warm sind. Wenn es verbrannt riecht, dann weißt du es perfekt. Ja. So, einen Stein haben wir hier. Ach so. Ach, neckt mich doch. Nein. Nur für Geld. Schass, diese Unterwasserhöhlen, alter. Nein, das ist die schlimmste. Wenn ich mal dran denke, dass das hier mal ne Unterwasserhöhle war. Guck mal, jetzt brauche ich die ersten Schuhe, hab ich mit die ersten 50, äh komm ich sonst aus der Kiste Gold, aus dem Lagersystem. Was gut ist, dass hier unten grad sortiert wird alles. Da hab ich mir, hab ich ne bessere Übersicht. Über den ganzen Ratz. So. Und zwar brauchen wir hier, brauchen wir hier jetzt den Koppelkacken. Nee, nicht wenn es verbrannt riecht, sondern schon komplett verbrannt ist und dann so ein richtig fester Klo ist. Dann ist es perfekt. Ach so. Ah, okay. Chasement in echt. So in echt. Was in echt? Niklas. Ja. Zum Glück läuft das vor sind die weiter Täter jetzt die Redstone Schaltung im Arsch. Jetzt haben wir eine Tür abgebaut. Oh ne, Baustand. Moment, hab ich jetzt hier noch ne Lücke. Ah. Oh. Oh, ich hasse Kies. Ich bin mit meinem Arm fertig. Ich bin mit meinem Arm auch fertig. Ich bin mit meinem Arm auch fertig. so zack zack das ist ja auch noch kies über mir das mache ich nicht das wäre jetzt ich krieg noch ein rappel hier ersten taft ja da mache ich jetzt hier kommt es und das wird scheißegal eine fresse hier koppelst du und jetzt wieder unter wasserhöhle anlegt mich doch am sack dicken wir das hat ja auch noch mal freie runde liegt dass ein scheiß hier diese unterwasserhöhle ich ja wichtig gefressen ab wer auch immer auf die idee kam so eine scheiße einzufügen mein kopf ernsthaft die dümmste idee aller zeiten gewesen so oft wie das ding hier unten unter wasser steht verstand da 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 das 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 vorbeikommen hat helfen das möchte ich jetzt aber gut ich meine du baust es und ich mach dir sagen du brauchst vorbeikommen das meinte ich also ich sagte du bescheid bringt es gerade rüber du müsstest du mal der Wettbewerb haben gehen auch weil ich hab nicht gar nichts mehr gleich bei der Skala Prozent wenn die man auf dem Bogen ab bei die in der Prozent muss sich nicht sein machen Prozent oder ich bin zurück ich brauche damit Thank you, we're traveling with the Deutsche Bahn. So, dann hab ich jetzt schon mal die nächsten zwei Kiste angeschlossen. Und doch, wenn ich's gut, ich bin in der Höhle, mit unserer Haupthöhle. Guck mal auf der Redstone füllen da unten. Ach das, ich werd mal die Kiste oben wieder befüllen mit weiteren Cobblestone. Mhm. Die müsste da eigentlich jetzt schon fast so gut wie leer sein. Das heißt Bruchstein. Nee, Cobblestone. Spiel das Game of Englisch, du Buster. Was? Was? Alter Niklas, ne? Real Talk ist bloß noch eine komplette Reihe, also neun Stacks. Mhm. Und jetzt hau ich einfach mal so frech wie ich bin, einfach mal ein komplettes Inventar oben drauf wieder. Das Lagersystem war jetzt fast fertig und mit der Kiste oben, jetzt kriegts einfach wieder Nachschub. So asozial wie ich kann nur ich sein. Eigentlich der erste Weg zur Besserung. Okay. Jetzt gibt's halt wirklich auf die Fresse. Mhm. So, was kann ich noch einlagern? Das hier kann ich einlagern. Das hier kann ich einlagern. Das Granit. Den Granit. Das Diorite. Den Cobblestone. Den Cobblestone. Das hier kann ich noch das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Ja. Ich hab aber schon so lange nicht mehr in der Farm gewesen zu essen, weil wir eigentlich jetzt brauchen grad aktuell. Naja. Wir tun ja grad eher das Fisch essen von der Guardian Farm. Ich esse Kartoffeln immer noch. Okay. wie die Tarja. Und schon ist die Kiste wieder voll. Wie die Tarja. Ja. Äh. Ähm. Ich nur. Uns geht's gut. Also. Niklas geht's gut. Mir geht's gut. Bombe geht's. Weht ich nicht auch gut. Mir geht's dann immer gut, wenn's dann nicht gut geht. Das ist top. Puh. Rein die Fresse. Hehehehe. Das ist wie witzig. Oh jejeje. Was? Oh ja. Okay. Störgerüche? Ja. Aber nur kurze. Nur waren. Nicht die, die ich sonst hatte. War einfach nur ein bisschen rauschen. Das reicht schon zu. Um mich wieder. So. zu triggern. So. Dann. Gibt's hier. Gibt's hier. Gibt's hier. Gibt's hier. Gibt's hier. Doch. Gibt's hier. Ja. Erst wieder. Dann werde ich wahrscheinlich noch gucken. Das ist der Fehringer dafür. Dass die Qualität bei euch anscheinend so im Arsch ist. Dass es einfach nur Müll ist. Wann er ja. Ähm. Seit ca. 6.30 Uhr. Also what the fuck. Hm? Jason tut den schon seit 6 Uhr noch was verfolgen. Hallo René. Hä? Kommen wir zum anderem Ende. Warte. Ähm. Riech nur. Wie geht's denn dir eigentlich? Ach du Scheiße. Hallo. Hallo. Achso. Nö. Tschüss. Nö. Viel Spaß beim Wörterverfolgen. Tug Bericht erstatten. Ähm. Ja falls ihr fragen solltet ne. Von da hinten aus. Bis hier hin soll das Lagersystem. Genau so bis dahin. Hallo. Ich will jetzt kaufen. Wie geht das Lagersystem. Und dann wird alles Lagersystem. Na? Hm. Na du. Warum Jason ist das besondere 737 oder so normale 737? Äh. Was haben wir geschehen? So ich bin ja da. Ich kann es nicht aussprechen. Hm. Ah von äh. Warte mal ich glaube von Felix. Hm. Warte mal. Oh. Moin moin. War gar nicht da gerade. Hallo bist du arbeiten gerade in der Trichtung? Oder gehst du denn erst wieder arbeiten? Nein. Ich hab mich verdröst. Äh. 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 Von Südwest. Also hier sauwest. Hm hm. Wo sind die? Über Deutschland oder was? Wie ist ich denn die? Äh. Frag doch hier. Äh. Jason. Ähm. Hallo. Okay. Jason? Ich nur geht gleich wieder arbeiten. Ist die über Deutschland oder ist die nicht über Deutschland? Ah. Ich hab gedacht mehr. Ah. Gute Lu. Sonst hätte ich mir Sorgen gemacht, wenn die in Deutschland wäre. Wieso? Weil sauwest ist ne Billig-Eller in der USA. Hehehehe. Um da 737 über den Teich zu fliegen mit der Kostik. Ja. Die Schreckmaschine ist schon... Kann man mal machen, aber sollte man nicht machen. Okay. Ja. Ich würde zum Beispiel nicht... Woher kannst du denn nicht weit fliegen? Äh. Eins, zwei, drei, vier... Alter, was ist das für ne Kupfervorrat hier? Nix. Wo? Jetzt sind wir ein Tars von Kupfer schon wieder. Hast du Pech? Okay, glaub ich, vielleicht unten mal in der Mine. Also in den Subman-Gängen. Da ist es leicht einfacher. Wurzel zu finden, ne? Ne, wie kommst du denn da auf? Oh, Eisen. Nehm ich auch gerne mit. Ne, lass hier. Wir brauchen ja kein Eisen gerade. So. Wir hatten mal, wer zweimal hintereinander die Farm falsch gebaut hat wieder. Äh. Äh. Ja. Der Weihnachtsmann? Ne, der leider nicht. Ja. Ja. Nehmen wir das gleich so los. Achso, Jason, falls du Bock hast auf Minecraft, ne? Du kannst hier mit drauf auf den Server können 50, Mann. Da, 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 da. Also wenn du, Jason, wenn du mitzocken willst, kannst du gerne. Ähm, ja, also bei dem Serveranbieter, ähm, sagen wir mal so wie es ist, ähm, unbegrenzte Slot-Zahl für wenig Kosten. Wir sind nicht mehr, weil wir sind nicht mehr mit meinem Nitrato ab sofort. Ne, also Nitrato, das war's. Auch wenn's echt, ne, schon in ne gute Zeit mal war mit denen. Aber, pff. Jo, Rechno, viel Spaß dir auf Arbeit. Mhm. Viel Spaß. Äh, ja. Zeiten tun sich ändern, ähm, Nitrato hat sich sehr viel verschlechtert. Und ab nächstes Jahr haben wir gar keinen Server mehr. Ja. Ne. Also, Jason, du kannst auch Discord kommen, wenn du willst, ne? Und, ähm, wenn du mitmachen willst, tue ich dich weitlisten. Jo, Rechno, den, äh, den, wünsche ich zurück. Schönen Tag dir. Hey. Warte mal, kann mal, äh, hat jemand grad Discord irgendwie so, äh, griffbereit offen, äh, dass man, dass man sehen kann, ob Jason drin ist? Jo. Alter, wie viel das Sticks, egal. Musst du was, nichts zu was sagen. Was? Man kommt jetzt mit Tars voll mit Kupfer. Ja, ne Größe. Ja, ne Größe. No, zweite Kiste ist auch gleich voll. Das werde ich 30 machen. Wat? Was? Ich höre den Stream, David. So, Jason ist erstmal lauter drin. Hm. Also, Jason, wenn du mitmachen willst, ne, ähm, also, wirst du mitmachen? Weiß ich nicht. Ja, warte mal, wir warten dann, zähl doch mal, slash, äh, weitlust. Na die Namen. Ähm. Großgeschrieben, ne? Slash, weitlust, ads. Hast du so, wie gemacht? Unterst... Mit Unterstrich und Unter zusammengeschrieben? Keine Ahnung. Warte mal, ad? Oder wat? Achso, ad. Keine Ahnung, ad. Eben, der Schweiz ist grad nur hier, ne. Äh. Naja, das war er, ne. Der Ding ist geistlich. Der Ding ist... Der Ding ist geistlich. Der Ding ist... Jason? Jo. Das ist die Server-ID. Oder IP. Wok. Die ich jetzt geschickt hab. Und am nächsten Jahr... Am nächsten Jahr endet's jetzt komplett für Jason. Hm. Da haben wir keine... Da mieten wir keinen Server mehr. Ab sofort. Server-Version 1.20. Jo. Ne. Atlas eher... Von Dings New York. Gut. Die USA haben es bisschen zu beschissen. Hallo. Jetzt komm ich hier runter, oder wat? Na, ganz klasse. Wart doch hier hinten. Du... Den. Den ist es gar nicht voll. Was? Was? Was war jetzt hier? Die Peschke ist doch. Kommt da oben hin. Hm? Mir war langweilig. Bin die einfach hinterher gelaufen. Irgendwann ich die erst gucken wollte, ob... Ja. Du kannst Kartoffeln. Du kannst Fisch essen. Du kannst Brot essen. Wir haben alles. Frische Makerelen. Nur 2,99 Euro. Pro 0,1 Gramm. Ne, wenn schon 0,5. Ja, okay, 0,05. Ja, okay. Trimster Krebs, geil, ist geil. Mit deutschen Grenzen nähern sich mehrere Flugzeuge von Militär. Ich habe gestern in Militärhubschrauber gesehen. Muss ich immer so sagen. Das sehe ich jede Woche dreimal gefühlt. Na, boh, ne, fliegt gleich was. Ja, ich habe ja auch schon gar nichts. Der fliegt, äh, wie? Ausrufezeichen ZZ. Gleich rüber. Von Hangwee im Flug. Nervus A320. Gesundheit. Gesundheit. Danke, danke. Mein Gott, hier sind nur Ryanair. Ah, eine DL. Und noch eine DL. Und noch eine DL. Perfekt. Die Schmierer L. Ich habe einen Unterricht lange Weile gehabt, habe dann einfach Live-Tracker angegeben, dann kam Flugzeuge zu dem. Guck ich nur auf Flugzeuge an. Ich will, dass irgendwann in Dresden eine A380 wieder landet und in die Alpe Flugzeugwerke gehen geht zur Überprüfung. Boeing 747, 4B5F fliegt gerade über Dresden. Warte. Warte. Was war jetzt Niklas? Ich gucke mal, was gerade bei mir so überfliegt, mutig gar nichts. Ne, doch hier. Und sie oben müssen sie zu sehen. Eine Ryanair. Oh Leute, vor kurzem war er die Witz über uns. Was überredet ihr mich? Ja, wir haben keinen eigenen Flug auf Alpe, das ist uns überfließend am meisten nach Hannover. Die fliegen da schon so über 2.000 Meter nach uns. Gut, was soll ich denn sagen? Also was soll eine Bombo und ich sagen? Wir haben nicht mal einen Flugzeug über den Flughafen in der Nähe. Hat Kiel einen? Nee, ne? Doch, Kiel hat einen. Wir haben mitten auf dem Land... Hä? Jo, Niklas? Wir haben unseren Helikopterplatz. Kannst du mir mal gebrannten Stein von dir drüben bringen? Der in den Kisten noch? Wir haben einmal. Natürlich. Und kann ich dir da mal den hier in die Hand drücken? Wir haben einmal neben... Das den hier drüben mit die Kisten schmeißt? Ich geh mal los, ich hol ihn hier schon. Ich geh mal los, ich hol ihn hier schon. Nehmen Scharbeutz oder so, haben wir eine Flugstrecke. Also Landplatz. Ich bin schon losgegangen. Warte, ich bin gleich da wieder. Die sind mitten auf dem Feld. Nö, ich weiß nicht. Es geht los. Ist das so behindert bin ich oder nicht? Das ist mit zwei Schäden. Was sagst du denn schon dazu? Hm? Was sagst du denn zum System? Ich weiß so. Ich seh das auch. Ne, ich find's gut. Hast du dir mal die Koppelkiste angeschaut? Ne, ich weiß nicht mehr wo sie war. Ja. Müssten mittlerweile schon die ersten zwei... Also die zweite Ursprache... Da hab ich den Job... äh Job her! Warum langsam? Und hierzu... Und... Die Koppel hat bis hier rüber. Also Koppel geht bis hierher. Okay. Jetzt tut er grad Graniteinlagern. Mhm. Puh, wenn die in 10 Minuten kurz aus dem Fenster gucken, dann siehst du hier an der Dings. Äh, wie heißt es hier an der... Die Militärflugzeuge, die fliegen über Dresden. Äh, juckt mich nicht. Juckt dich Cargolux? Äh. Ja, gleich ein 2. Und die durch ein A380? Äh, 7w7 ist... Aber ich seh das nicht mehr, weil ich nicht mehr, ähm... Ich hab... In der Einruhlung hab ich mitten in der Einflugschneise gewohnt. Mhm. Und in der Jetzig nicht mehr. Mhm. Ja, ist halt so. Ja, Emirates fliegt grad auch gleich bei dir rüber. Ja, die seh ich auch nicht. Ja, vielleicht. Das ist doch, wenn die hat ein Fenster, weil er doch den Fuß hoch geht. Ah. Fuck you. Oh, in Deutschland ist denn die Elbermaschine verschwunden. Wart mal Jason, kommst du jetzt eigentlich noch oder kommst du nicht mehr? Nö. Die Microfusse ist immer installiert worden. Oh Gott. Was ist jetzt runtergeflogen? Ach so. Na du. Na du. Ja. Meine Schokolade ist runtergeflogen. Äh, Schokolade. Hm. Okay, ich wusste nicht, dass es so viel ist. Hätte ich hier auch gesagt 3-6 runterbringen und den Rest hättest du oben reinschmeißen können. Ich wusste nicht, dass es so viel ist mehr. So, guck mal. Jetzt wird Koppel. Jetzt wird Koppelstone eingelagert. Die Kiste oben war wieder voll. Und du müsstest alle Kisten mit Koppelstone leeren, ne? Die so rumliegen hier. Ja, da kannst du lange warten. Ja. Ich weiß. Mach ich aber gerade extra. So, alles dein eigenes Lack ist schon mit Koppelstone. Dann mach ich oben die Kiste wieder voll mit Koppelstone. Und sie ist wieder voll. Und sie ist wieder voll. In zwei Stunden ist es bei uns ein Flugzeug, René. Hm. Das fliegt sogar tief höchst wahrscheinlich. Ich tu mal den Lagersystem wieder mal zwei weitere Reihen an Kisten zuweisen mit Dings. Der Land kommt in Lübeck. Mit Koppelstone. Also jetzt haben wir zwölf Kisten. Zwölf Doppel... Ja, zwölf Doppelkisten. Mit Koppelstone. Mit Koppelstone. Mit Koppelstone. In dem gesamten Lagersystem momentan. Und ich denke mal davon werden nochmal zwölf dazu kommen. Oder 24. Ich komm nicht klar. Was dann das ganze Lagersystem hat. Hm. Aber... Das ist jetzt ein Mammutprojekt von mir. Was ich angefangen habe. Und das ich auch selbstständig zu Ende führen möchte. Mal nur Ruhe schon wieder. Ja. Als jegliche Hilfe irgendwie. Als jegliche Hilfe hast du schon versagt. Nee, beim Aufbau meine ich. Als Kisten... Also hier hinten komplett Aufbau... Äh... Und Ratsum-Technik. Oh, jei, 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 jei. Du hast einen unabständigen Abstand. Immer so ein... Irgendwie in so ein Rauschen kommt. Oder weg bist du manchmal. Okay, lol. Ich hab immer... Ja, doch. Immer ein unabständiger... Immer ein anderer Zeitraum. Ja, sorry, aber dafür kann ich nicht. Ich weiß. Ich höre gar keine Rauschen. Wie gesagt. Das sage ich einfach so wie es ist. Tu dich bei Bärringer bitte beschweren. Ich kann... Wisste. Mich reg das Ohr auf. Wisste. 80 Euro für den Arsch gewesen. Am liebsten würde ich das Ding so wie es ist. Jetzt gerade Bärringer wieder zurückschicken. Und sagen vielen Dank für euren Mist, den er mir geschickt hat. Was das angeht, bin ich gerade richtig angefressen. Ein bissel geladen. Mhm. Wir sind zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre und das Ding ist im Arsch. Ich finde es auch irgendwie krass, dass überall Flugzeuge sind. Außer in der Ukraine. Wirklich komplett. Ja, weil... In Israelien sind es auch komplett. Weil die gesperrt es nicht zu kommen. Da darf keiner mehr fliegen. Ja. Israel landet gerade eine Ryanair Maschine. Okay. Und Turkey. Schmiermanten. Nice. Die Renne immer noch die Aufkaufung steht. Ah, ne TuiFly fliegt auch irgendwann los in Hannover. Loll. Ey Renne, du stehst jetzt echt gut auf. Hier, ne? Wieso? Wieso? Du hast du gerade gerade von Sohn. Ne, da wird von Sohn wie ich sie angelegt. Von mehrfach. Da ist es wieder Sohn wie schon nicht gerade auf dem Weg. Von dem, auf den... Perfekt. Okay. So, das brauchen wir einmal. Das hier prob' ich. Zombie-Schnauze. Und dann die Seelaternen, Alter. Tun wir mal das... Ich mein, das System mit dem Mobil. Ich komm schon. Ich stehe jetzt nicht den School mit eurem. Und dann, komm. So. 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 Was? 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 Oh, nö! Was denn? Ich bin so klein. mit dem kotzen. Ähm... Nisht nisht. In irgendeiner Kiste ist jetzt irgendwo wahrscheinlich ein Prismarien-Ding voll gelandet. Was sagt? Ich weiss jetzt nicht wo. Ich glaub sogar die Reihe hier, dieses komplette Ding, kurze dinge ist eine komplette hilfsreihe ach hier ist es gesondert ich weiß jetzt nicht wo du bist ganz geil Was? Wann kann man Diamanten bei dir einlagern? Wäß? Wann kann man Diamanten bei dir einlagern, eigentlich? Das dauert noch ein bissel. Wann kann man Diamanten bei dir einlagern? das wird noch ein bisschen dauern weil ich jetzt gerade erst mal die ganzen bauresourcen dinge erst mal machen möchte was du hier stein und so glas und sowas angeht genauso wie treppen und sowas und jetzt bin ich aber gerade an der seite also da wo ich jetzt gerade platziere die piste die hoppe und so ein scheiß hat das ist die seite wo dann erstmals holz reinkommt bei jemals 1 20 1 2 0 so sehen wir tun wir brauchen ziemlich namensbohren kann ich das doch bestätigen das wird auch wenn du auf einer chunk reichweite von 15 junks spielst könntest du vom brunnen auch die geradien vom sind der leute ist mein ganzes bisschen getrennt wenn du die beitreten kannst du auch bescheid ne zum beispiel tue ich jetzt noch dem mit dem lager beibringen niklas solche die ich hier cobblestone wende und sowas hat jetzt ne sowas gibt es ja auch zum beispiel ne oder hier slaps ne niklas jetzt noch als kommst du und das war es eigentlich schon oder an die treppen hat der krass einfach noch gesagt und jetzt das letzte was ich eingepfliegt hatte und dann kommt hier die wand rein hier die slaps und hier das ja niklas weißt was das witzige ist wenn ich dann später diese drehblätter dinger ne und die items dort rein tun möchte diesen rahmen ne muss ich jede kiste durch einzelnen anklicken rauszufinden was da drin ist so wir haben jetzt die steinwände und so nen scheiß halt ne also eigentlich jeden scheiß den du aus cobblestone machen kannst das einzige was ich noch nicht mal gemacht habe sind hier die stone bricks die muss ich dann später reinfügen aber ich tue mich langsam von vorne nach hinten arbeiten so hier haben wir noch cobblestone sehe ich gerade hier haben wir noch gravel was ist denn guck mal ne die holzzynde die kommt dann woanders hin hier ist noch das und das was ins lagersystem kann gravel das 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 also alles das was ich jetzt einlagern kann tue ich jetzt erstmal einlagern mhm und den rest den mache ich dann das andere mal Hauptsache die kisten hier oben kommen wir werden mal ein bisschen laurer wie kann ich die types weiter? mal gucken warum? ne frage fragen gibts ne antwort ach so niklas wie weit bist du mit dazu umstrecke die hört immer ein wasser auf mach spiel du mach spiel doch noch weiter jetzt fahrn wir bis unten wieder unterweiter steht ein bisschen in der mina ja mach das ich geh mal meine andere spitzhacke also meine zweite spitzhacke reparieren mit glück 3d und dann tue ich mal das erste vorkommen hinter dem lager mal abbauen mhm ja es wird ja es wird ja es wird ja das ist ja das ist ja das ist alles gut ich wollte gerade sagen was wir neben die tragen also ich weiß nicht ob das mitbekommen ist aber eine er hat mich sehr viel nerven gekostet mit unsichtbarkeitsdrängen zum scheiß mit unsichtbar bist sind die vier dich nicht bin sofort wieder da so was werde ich das werde ich dem system oder für die Präsentation. Die Verbindung von Server kann nicht hergestellt werden. Wieso denn das? Wo bist du nun mal? Halter Name. Zeh ja. Das ist richtig gekopiert? Ja. Also ich muss auch alle... Achso, wahrscheinlich das hinten nicht, ne? Doch, doch. Auch hinten, das mit... das Game hinten. Warte. Mal Jason. Mal Jason, jetzt. Ja. Jason auch das. Also von E bis E. Genau. E. Connection lost. Nimm mal das, ja. Sieht irgendwie gleich aus. Was hast du für eine Microsoft-Version? Äh, 21. Ja, dann passt das. Bin ich mit der 1,222 rein, Türe rein, Türe, Join, Türe, müsste ich auch nicht sein. Ja, will ich nicht, aber ich bin mit der 1,200 drin. Ne, ich bin ja auch mit der 1,20, sonst hätte ich gesagt, ich gehe auf die höhere Vision, der kein Problem soll. So, das geht noch mal aus. Also, das geht noch mal aus. Das geht noch mal aus. der server ist auf der 1 22 übrigens steht laut nicht möglich auf der 1 22 steht er ich bin mit der 1 20 drin perfekt da steht auch oben mein kopf 1 20 in klammern 1 1.20 minus optifind hd ui 5 22 1 20.1 wir sind alle irgendwie mit der anderen drin aber egal nicht mit 1 20 reinkommen ich bin der 1 22 ich wollte übrigens lämst von auf dich und ich habe zu hast du für das blatt ich bringe dich zu unserem doof gott sei klar gibt es im mark of keine hälfte uns das ist doch es gibt jetzt sie müssen für ein neuer so der ist reingekommen ist direkt gestorben vegan ist jetzt habe ich noch mal in der faust auch noch nicht ich habe alles aus ansatz auf der faust aber nicht normal so chasen steht sondern das wort ja ja es ist noch am lagen jetzt kann ich das bescheid einfach durch in der zeit noch ein bisschen cola von und was geht und protection also die essen jetzt kann ich auch nur v4 spieler ja ich bin der k-10 doch ich bin auf einer anderen map ich mach mal kurz ne v2 an btf ich bin auch ich kann keine videos machen scheiße ich bin alleine aber das ist komisch warte mal ähm wie mache ich das jetzt am besten sieht mir die am besten auch der war richtig glaub du bist gegen ob das richtig ist was du weißt was ich tue dir jetzt die raus kopieren die ich bei mir habe ich habe jetzt gerade bei mir allerdings schwarz mit drin gemacht was ist denn der fehler k-10 probierst du mit 1 21 was sich die wieder installieren ja gute server am micro server bei g-pod das steht dann oder stellen müssen spät hier eine treffe und betreffend 50 stehen nur von 4 dann oder was den das ist selbst wenn ich jetzt hier ins control panel gehe von g-pod da steht 3 von 50 1 nochmal nix außerdem du kannst jetzt eine bildschirmentragung anmachen ja kannst du den spaß mit verfolgen hier der server da ja so ist ja richtig genau genau dann komm ich auf den da okay und das ist der hier ähm hast du noch den normalen minecraft lounger ja probierst mal über den äh der ist stürzt nur ab deswegen ist der hier auch quasi jetzt zwingend geben wir auf die andere version gleich ein speicherplatz mehr wahrscheinlich quatsch wie quatsch nein was für quatsch hier ich hab nicht mark installiert ich hab nicht mark installiert sind wir zu hause schuldnacht nö ganz klasse üh doch schuldnacht sag nicht e Ja, ja, nicht so gut. Installiert noch. Mittags, kannst du mal pennen? Ich bin da näher. Ich bin da unten. Oh, scheiße. So. Endfällig geladen, musst du holen die Leiste. Genau. Was hast du jetzt gerade gestabelt? Nein. Ja. Hast du denn die gerade noch irgendwas angeklickt? Kollerfeuer. Ja, okay. Genau. 1, 20, 2. Es ist doch dieser... Du musst nochmal entfernen. Okay, machen wir's ab. Oh nein, neue Zombie. Die Leertaste weg oder nicht? Genau, kann nicht hergestellt werden. Nee, da hast du immer noch was dahinter. Genau, und das ist dann der gleiche. Warte mal kurz. Sicher, dass du mich auch richtig eingespeichert hast? Nee, schickt ja. Habt ihr doch bloß das Ende geschickt? Nee, nee, dass du mich mit Unterstrich hast. Naja. Ja. Naja, irgendwie scheint es sich so zu laufen, ne? Machen wir auf eine Testspeise. Komm ich da rauf? Ja. Warum stürzt du ja immer bei dem anderen ab? Zeig mir mal nach. Weiß ich. Naja, da ist drauf, Jason. Äh, Niklas. Ja, das hab ich geschrieben. Hab ich doch... Tust du mir die Vertrauen, du blöd, Mann? Uff. Aber ich hab mir auch die richtige Server IP gegeben. Ich kann bloß mal ernst machen, den Server neu starten lassen. Ja, das muss nicht. Zumal der Server eh eigentlich jetzt neu starten müsste. Oder vor sieben Minuten neu gestartet haben müsste. Ah, dann sagst du, dann ist Whitelist vielleicht starten. Wahrscheinlich. Oder sich dann auch bei dir updaten. Äh, Niklas, kann ich mal neu starten? Noch doch. Weck du das, Sauberlist. Ah, ich liebe es irgendwie, die Technik. Ich muss es aber auch mal im Auge halten. Ist der bei dir jetzt auch offline? Nee, ich hab grad die 1.2.2 gestartet. Der Server ist 4 von. Mach mal hier andere Versionen und guck mal ob du auf den Server hier draufkommst. Das ist der von mir. Der alte Nitrado Server, der noch läuft. Ich würde sagen, der funktioniert. Ich würde sagen, der funktioniert. Ich würde sagen, der funktioniert. Das liegt an dem Client, den du benutzt. Dass der nicht kompatibel ist. Ich würde sagen, dass der mit G-Protal nicht kompatibel ist. Ja, der ist belassen, weil ich was normal stürze da ab. Warum? Das kann man fixen. Wie denn? Ich würde sagen, komm, steht da irgendein Fehlercode, irgendwas? Dann musst du es einfach googeln. Nee, steht gar nichts. Probier's einfach mal. Stürz einfach so ab mit Black Screen. Ja, dann kann man auch googeln. Ja. So. Was war jetzt? Hm? Meine Mutter war ganz da. Tun wir jetzt den normalen Stotten. Kannst probieren. Ah, Fensteröffnung im zweiten Bildschirm. Ja, alles mal dazu. Ja. Wenn ich mir da 21, 2 draufgehe, ist aber auch okay, ne? Ja, das ist exakt okay. Wenn dir jetzt kein Black Spring kommt, war vor ein paar Monaten, aber weiß auch nicht. Boah. Okay, ist er jetzt abgekackt? Oder lädt er? Das Manager. Ah, ja, lädt noch. Okay, stürzt nicht ab. Schön. Ja, ist weg. Okay, es funktioniert auf der 1,20. Und jetzt läuft er schon mal richtig. Dann probieren wir mal die 1,20 aus. Oder 21,1. Wieso startet er immer die Version am Anfang? Weil sie neu ist, so muss. Wie auch die Frau. Wie auch die Frau. Wie ist die 21,1 ist das in Bezug aufhören. Ach, die heißt so. Sieht nicht nach einer offiziell aus, würde ich sagen. Ja, das ist aber normal so, weil die bloß modifiziert ist. Der Server fängt jetzt noch nicht einmal an zu lecken, obwohl so viele Trichter gerade aktiv sind, ne? Naja, perfekt. Da ist er. Oh ja. Ne. Kommt Tisch abholen. Ach, das ist lecker, ah nicht. Wieso? Ich dreh mich da oben, das ist lecker, ah nicht. G4 FPS, wo steht das nochmal? F3, da oben. 24. 137. Ja, das ist doch gar nicht immer so kacke. Naja. Warte, ich komme zu dir. Wie viele Chunks habe ich gehofft? Maximal 15. 20. Ja, und 15 davon werden was geladen. So Jason, ich komme jetzt mit dem Boot. Wenn ich jetzt mit der Elytra ankomme, dann müssen wir den ganzen Weg laufen. Also komm ich mit dem Boot. Mit dem Boot? Mit dem Boot. Mit dem Boot. Das ist ja ein mega-bämmer. Mit dem Boot. Oh Gott, ja wohl. Da vorne muss er stehen. Ne, was auf dem Hügel da. Irgendwann müsste ich läppern bei dir im Boot, ich hätte dich nämlich schon Ja, ja Hey Wie gesagt, du kannst dich an meinen ganzen Kisten dann gleich erstmal bedienen, wie du willst Nimm mir einen Kieshaufen mit Ne, jetzt noch nicht Noch nicht, sag ich ja Was denn? So Ja, übrigens hier sind wir gespawnt alle Damals auf dem Nitratoserver ging das nicht noch alles, aber es gab ja einen Punkt, da fing der schon anzufangen zu lecken, obwohl wir alle in der Overworld waren Und ganz extrem war es, wenn einer im Nether war Okay Da hast du, wurden die regelrecht Blöcke zurückgesetzt Wo da jemand sehr sehr viele Blöcke wegwerf auf einmal Guck mal, Jason, da siehst du Welche Form? Äh, die Guardian Form Soll ich mal näher fahren? Oh, 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 ich bin schnavisiert Ja, ja, deswegen fahr schon zurück Nee, dass du erst mal in den reingedrückt bekommst Stattdessen Was wollt ihr? What? Was wollt ihr jetzt sagen? Nichts Ja, irgendwas wollt ihr sagen? Abgetrunken Achso Wie gesagt, wir dachten erst so eine richtig schön große Insel. Nein, war es das hier vorne schon ein paar Jahre drüber gegangen. Dann hat, glaube ich, Niklas im ersten Stream das Dorfdruck zufälligerweise gefunden. Sonst wären wir wahrscheinlich weiter in diese Richtung gerannt. Wir haben eine vierfache Eisenform. Achso schön. Also eine Eisenform mit vier getrennten Abteilen. Heute, wo ich online kam, lagen so 14 Stacks drinnen. Zehn großen Pferden, stark. Ne, das sind keine Pferdestattes in mein Haus. Achso. Aber hier drüben hast du die Eisenform jetzt. Die macht 600 pro Stunde. Also eine. Und davon haben wir vier Stück. Also 2400 die Stunde. Du dich einfach umsehen oder so, wie du willst. Wohin willst. Das ist das Deal gelassen. Ich geh gleich zum Kollegen hier. Na komm mal, schon blocken. Ja. Der schon, aber das haben wir nicht. Das war Ralf. Wie gesagt, du kannst gerne in die Kiste reingucken. Kannst du auch gleich, wenn du willst, Eisen nehmen, wenn du willst. Ja, bestimmt. Wie gesagt, wir haben vier Kisten. Du hast ja hinten noch eine, dann hast du zwei weitere Kisten mit Eisen. Du kannst, ähm, soll ich dir nur Führung geben? Du kannst ihn machen. Gehen Problem. Also wie gesagt, das hier ist der Eisenform. Wie das ist, vier Kisten insgesamt. Ähm, in jeder müsste jetzt gerade anderthalb sechs liegen. Außen der Ehen, wo du gerade rausgenommen hast. Hä? Ja. Ja. So, dann hast du hier unseren Baumwald, den wir abholzen und wieder aufbauen. Top. Ralf seine Bude, ne? Das Baumhaus. Nee, den Baum hab ich einfach so drauf gesetzt zum Trollen. So, ähm, unser Enchantment Raum hier. Den wir so gut wie gar nicht mehr nutzen. Top. Unser provisorisches Zuckerrohr hier. Unser Nether-Portal. Naja, ich geh jetzt mal reingucken. Da sind noch zwei, äh, Protection 4 Bücher drin. Dann Niklas sein Gebilde. Sein Haus. Mit Baumhausanschluss, äh, von Renni und mir. Und riesigen Keller. Ja. Also warte mal. Wir können doch mal hier runter gehen. Äh, kann ich, kann man durch die Steinwand durch? Wies, da ist noch nichts gebaut. Okay. Ja. Kannst du hier hinten runter gehen noch, das Teil da? Ich will gucken, wieso ich kann das noch und so. Wenn du findest, wenn du hier hinten das Teil runter geht noch. Achso, Chosen? Ja. Sind nicht vorurreise. Schön, danke. Genau. Das sind wir hier abkacken, du Sätze. Pappenlippin heißt das. Einmal gehen wir hier runter. Hast du jetzt doch uns? Das ist das Gefängnisbereich, schön. Nee. Hast du es zu uns? Ja, so ein bisschen. Okay. Findest alles noch im Bau. Ist noch alles im Bau bei Niklas, wie gesagt. Aber ich komme gerade, als ich nicht mit anderen eingeplant bin. Und dann haben wir einmal hier, das, ich glaube hier ist halt in der Farm hin, in der, in der, in der Tierfarm. Was bist du, wo bist du jetzt gerade eingeteilt? Achso, du machst ja gerade das Schienensystem. Ja, aktuell bin ich sogar nach unten, fahren wir wieder ein bisschen. Ja, wo wird dann? Klopp, hier ist doch klopp. Hehehe. Hm? Für Jason ist die Tür zugegangen, die ich geöffnet habe. Jetzt haben wir jetzt 1000 Kameras schneller. Dann zeig ich ihm die eine Tür. Ja, erst mal drücken. Wenn du die Leertaste drücken, tu es ein bisschen schneller. Ich weiß. So, dann zeig ich dir mal, äh, was du Weizen brauchst oder Melonen oder Kartoffeln. Zeig ich dir mal eine richtig geile Farm, die Niklas echt gut gebaut hat. XXL große. Hä? Bambles. Achso, ähm, übrigens hier so eine, kannst du deine Sa... What the fuck? Ich weiß. Die Coop-Familie. Ja, die läuft. Okay. Ähm, dann hast du hier drüben mein altes Haus mit den Kisten noch. Da ist auch noch Stuff von mir drin. Ähm, dort liegen 47 Diamanten. Du kannst ja gerne eine Dierrüstung machen, wie du willst. Ähm, hier kannst du zum Beispiel dann, äh, deine Weizen und Samen reintun. Die werden dann automatisch zum Boden mir gemacht. Okay. Und dann hast du hier die, äh, die... Was weiß ich, wievielstöckige, äh... 4, 5, 6, 7, 8... 8... 9... Ja, guck ich mir jetzt den Stock an. Und das, und das sind 32 Felder hier unten. Sehr klein. Und es gibt noch eine Melonen-Familie, die vergrüßert wird, die ist ja vorletzten Etage. Genau. Die Melonen-Familie ist hier oben in dem Nachbarraum. Ich die ganze G drücke, äh, drücken möchte, weil ich den Hunter dann automatisch renne. Scheiße ist das. Schön faul gewesen, aber nee. War es ein Bär? Ja. Nein. Aufstoßer. Nee, über dir fliegt gleich ein Flugzeug. Achso. Hallo. So, dann zeig ich dir... Hä? Hallo? Ja. 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 Achso, ne Tom's fliegt gleich über dir. Nee, ne Tom's fliegt gleich über dir. So. So, und jetzt guck dir die... Jetzt gehen wir über die Türklatten durch die Tür. Mal gucken, vielleicht ist die Tür auch so gemeldet zu dir. Nee. Kurz davor ist sie so gegangen. Ja. Ja. Die Tür ist eben so ne Tür, die hat kein Bock auf Tür... Geht immer voll jetzt schon zu. Na, Digga. Ich bin heute schon dreimal gegen die Tür gerannt. So. Und dann bist du unten bei... Oh, kühn da ist. Paradies, ne? Ja, Moin. Dann kannst du dich austoben, kannst du alles drum und dran und so, ne? Ach du Scheiße. Was'n? Der Knirscht, was? Der ist nur Rentner hier. Nee, das ist mein Mikroarm. Oh, noch'n Rentner hier. Ähm, aber wie gesagt, da kannst du hier, ne? Deine, deine ganzen Verzauberungen dann holen. Jo. Wenn du möchtest. Natürlich. So, warte mal, wir müssen noch mal kurz hier hoch. Hier, Chasen. Angst. Nö. Was genannt hast du. Okay. Also, was willst du meinen gehen? So, und dann zeig ich dir mal das, was jetzt Rentner noch gebaut hatte. Worum mal der Typ nennen ist schon wieder. Ich will grad Funk-Funke her. Hä? Ich will grad Funk-Funke her. Ich will grad Funk-Funke her aus Norwegen. Ja. Der macht mal Angst. Was? Krass. Krass. Was? Mit ner Flying-Machine. Mit ner Flying-Machine. Mit ner Flying-Machine. Jetzt beinah. Ja. Also, die Flying-Machine. Ähm. Sobald glaub ich. Warte, ich kann's mir mal demonstrieren. Time-Set. Ähm. Set. Okay. Sobald es Tag ist, ähm, fährt die wieder los. Ja, dann rennst du rüber. Hm? Dann ballert sie einmal rüber. Genau. Ne, der fährt die den ganzen Tag hin und her. Sobald Nacht ist fährt die nicht mehr. Ja, sag ich ja, der ballert so rüber. Genau. Ja, oder auch nicht. So. Und dann. Ah, okay. Sobald du Bambus brauchst oder so, ne? Oh. Mit in meinem Haus wächst, äh, tut welches wachsen. Ich seh schon. Jetzt hab ich für die Scuffle-Dings gebraucht und alles drum und dran. Jo. Und dann. Gehen wir eigentlich mal da drüber. Jo. Erstmal auf die Fresse legen, ne? Ja. Na klar. Standard. Natürlich. So, hier hast du noch Netherwarzen, ne? Fährst du welche Brust? Ja, ich hab Warzen genug. Okay. Okay. So, dann kommen wir eigentlich in meiner XXL-Bude ran. A.K.A. Wie gesagt, ähm, die ganzen Kisten, die werden nach und nach verschwinden. Die werden nämlich dann, äh, nach und nach, das was jetzt momentan eingelagert werden kann, wird das hier reingebracht. Wird in nem Trichtersystem runtergebracht. Ja, ich hab schon Besuch gehabt, ne? Hm? Hast schon Besuch gehabt, das sieht cool aus. Äh, das, äh, der Gang? Jo. So. Das ganze Lagersystem ist damit gedacht, so, geworden. Nach nem Ocean Monument hab ich gedacht, so. Naja, komm mal mit. Die Treppe, die wird dann später noch unterm Lagersystem langgehen und auf der anderen Seite rauskommen, wo sie rauskommen. Pfff. Alter, was ist denn das für ne Kohle und Eisen-Ding da, oder? Mhm. Der hat Bomben dann gespaziert irgendwann mal. So. Ich dachte, da baut er alles weg. So. Jason. Das Lagersystem wird doch dort hinten lang gehen. Wird dort hinten ein kleines Stück wieder zurück und dann wieder hier zurück. Wie in U. Das soll, äh, was heißt wie in U? Das soll dann in U sein. Und das ist aber jetzt schon der Anfang. Also hier drüben sind jetzt die Baumaterialien drin. Und dort drüben soll dann das Holz hinkommen. Also du kannst, wenn du wüsst, gerne hier in die Kiste, in die ganzen Kiste, die ganzen Kisten durchgucken, dir dich dran bedienen. Das, was du brauchst, nimmst du dir. Äh, die unteren Kisten musst du gucken. Jason. Hallo? Die unteren Kisten. Ja, die ist die wichtigsten. Naja. Aber du musst unten gucken. Hm. Also hier zum Beispiel. Ja, ich hab die wichtigsten Kisten noch gefunden. Hier, Kies. Kannst weiter gucken gehen. Ich krieg Angst. Wieso? Ich hör einen Zombie, aber er hört sonst nichts an oder? Nein, der Zombie ist unter uns. Unter uns der Unterwasserhöhle, Mama. Die ich komplett ausgehöhlt hab. Oder aus... Ja, doch. Drogen gelegt hab. Ja, dort hinten ist nichts mehr drin. Ja, Beschädigung... Ja, müssen wir auch irgendwie kriegen, ne? Das, das mach ich noch. Also wie gesagt, ich baue das System erstmal auf und dann kommt der ganze andere Quatsch. Also, Verschönerung vom Boden, der Decke und der Wand. Ne, die Wand mach ich ja jetzt grad noch nebenbei. Aber Decke und Boden kommt zum Schluss. Und aber dazwischen kommt noch die Verschönerung vorher. Ja. Aber jetzt tue ich erstmal so, dass wir machen das alles Mögliche, was wir haben... ...hier eingelagert werden kann. Also wie gesagt, ähm... Niklas, du, Reni und äh... Also ihr drei... Ihr könnt die Sachen oben reinschmeißen. Wenn ihr was braucht, könnt ihr das hier unten aus dem Lagersystem wieder rausnehmen. So. Genau. Und Niklas macht hier hinten... ...eine... 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 ...eine Krottstrecke. Die ist nur... Die ist nur im Bau, da brauchst du nicht langziehen, da endet nun nichts. Das, ähm... Wir haben... Wolle Farben? Gibt's noch nicht. Gibt's noch nicht, okay. Schon mal Wolle irgendwie gesammelt. Ähm... Noch nicht. Also ich... Ich hab... Ich hab... Wolle noch... Ich brauch ja insgesamt 41 Items von einem Ding, äh... ...um dem Lager-System zu sagen, jo, da kommt das Item rein. Jetzt knisterst du. Ja. Immer noch? Nee. Was ich würde... 41 Items... Jetzt... Oh Gott. Noch schlimmer. Immer noch? Nee. Okay. Ich brauch 41, ähm... Items... ...um dem Lager-System zu sagen, in genau... ...die Kiste soll das Item rein. Mhm. Und Cobblestone hat jetzt aber mittlerweile, wenn mich nicht alles zählt, zwölf Doppelkästen Cobblestone. Mhm. Und das funktioniert komplett automatisch hier alles. Du hast es oben in die Kiste, dann hast du hier den Zwischenpuff, wie das ist. Kannst du auch gerne reingucken, wenn du wüsst. Kannst du auch gerne reingucken, wenn du wüsst. Kannst du auch gerne reingucken, wenn du wüsst. Die Kieskisten, die sind wichtig. Ja. Ja. Wie du sagst, die zwei Kieskisten, du weißt ja, wo sie sind direkt erstmal. Tja. Das ist die zweite Kiste direkt. Also zweite Reihe und dann unten. Ja. Ich hab jetzt in meinem Tag alle drei Diamanten. Ich würde wahrscheinlich so ein kleines Bötchen bauen. Ja, ne. Kannst du gerne machen. Also, können wir mitschießen? Jo, danke. Jo. Und 64 noch dazu. Nice. Also, wie gesagt, du kannst dich hier an den Kisten unten, sowie auch in den hier bedienen. Hier ist auch noch was... Oh, noch Zeug drin. Das geht dann nochmal... Also, das wird jetzt momentan alles in das Lagersystem eingelabert. Gelabert. Ne, gelagert. Gelagert. Wie gesagt, ähm... Dicks wolltest aber nicht hier reinpacken, anscheinend. Was? Dicks. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie du es minst. Ja, ist Dicks oder Holz? Ähm, das habe ich dem Lagersystem noch nicht gesagt, dass das reinge... Das wird raus. Die Kiste, du sagst, die sind nur unten vom Bau. Um ausheben. Da ist kein Holz von noch. Genau. Weil wir einen Minenschacht hatten, deswegen. Und, ähm, ich weiß nicht, was wir hier reinpacken. Ich werde jetzt aber gleich demnächst dem Lagersystem sagen, das und das kann, ähm, noch mit eingelagert werden. Darunter wird auch demnächst Holz sein. Ja, 15 Planks habe ich schon mal. Jo. Ich habe schon vergessen, was kann man alles überhaupt craften. Alles. Alles. Ach, die Kaka war es nicht. Die Schaufel gibt es ja auch noch, stimmt. Und mein Kaka hat bloß umgedreht. Ich sah, lange kam Markus mehr gespielt und dann alles war kackt. Ist ja egal. Jo. Also, ich kann dir mal einen Spot zeigen, wenn du ein Schiff bauen willst, ne? Also, wie gesagt, ähm, alle außer Ralf, äh, dürfen sich unten an dem, an dem Lagersystem bedienen, weil Ralf hat, äh, nichts beigetragen. Oh, Alter. Der war halt, der ist schon lange nicht Wander gewesen. Genau. Also, wenn du willst, kannst du hier vorne gleich die komplette Fläche nehmen von dem Meer. Hab ich kein Problem damit. Sagst du, machen wir einen Steg hier ran? Ich wollte hier einen Steg machen, genau. Hier wollte ich einen Steg machen. Und dann kannst du die ganze, gesamte Wasserfläche nehmen, wenn du willst. Joa, das kriegen wir hin. Das ist, ist nie nur eine kleine, das ist eine echt große. Also, wie gesagt, kannst du gerne machen. Du kannst dich unten an dem Lagersystem bedienen, du kannst dich an meinen Kisten bedienen. Kein Problem. Außer, die einzigste Kiste, die tabu ist, da hängt ein Schild dran mit Lagersystem. Okay. Die, äh, die ist direkt fürs Lagersystem zum Bauen. Aber sonst, wie gesagt, ähm, wenn du ein Schiff bauen willst oder was auch immer, das gesamte Meer kannst du ja nehmen, sonst kannst du ja auch ein Stück Land nehmen oder whatever. Ja, ich denk hier, äh, hier hinten bestimmt hast du noch was vor, oder? Ja. Ja. Aber, wenn du, wenn du das Stückchen nehmen willst, das, äh, also willst du das hier nehmen? Ja, also du dieses kleine Köpfchen. Jetzt kannst du das ja von mir aus nehmen. Du kannst das ja von mir aus nehmen. Dann würde ich hier so einen kleinen Hafen mit einem Kränchen nehmen. Mach doch. Ist doch gut. Ficht, Fichtensätzlinge? Äh, das geht bei dir jetzt grad ab. Wieso? Achso, dann, okay. Äh, Fichtensätzlinge, komm doch mal mit. Hm. Da, 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 kann ich das auch noch mal zeigen? Ich guck, wundern, wieso ich so einen, äh, Spinner mach unten, da. Jo. Da ist meine Maus nochmal heiße, oder so. Ich wusste, ja, da dachte ich mir. Deswegen, also du kannst die Fichten heute, äh, komplett abbauen, aber wenn du Fichten, nach Fichten jetzt gerade, äh, komplett abbauen tust. Gibt es eine Kiste bei Niklas? Aber bitte niemals komplett leer machen, weil die Bauern selbst nur welche nachfassen. Nein. Natürlich. Ja. 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 Ja, nehm ich mir vier Stück raus. Ich werde mir das jetzt hier auch vor meiner Fresse hinzugehen. Ja, doch nicht. Generell, wenn du was brauchst, kannst du dich auch immer bedienen bei meinen Küsten. Ja. In die Klasse ist es mittlerweile aufgefallen, dass er bei dem Suppel der Dreh- und Angelpunkt ist. Aber ich glaube, das wird sich demnächst sehr stark ändern, bei mir, sobald das Lagersystem komplett im Zuch ist. Ich hab Paranoid, ich höre nicht mehr irgendwas. Ich hab die Tür gehört und ich höre ein Zombie, aber nichts anderes. Okay. Ja. Ich hab Angst vor dem Creeper, irgendwie. Ja. Hier. Achso, ja, stimmt. Ist auch immer wieder wichtig. Ah, danke. Ich kenn den. Ja, dann nack ich den Jürgen dir weg. Jo. Und wir diesen nachpflanzen. Easy. Wait, das sehe ich hier zum ersten Mal. Das wird mir jetzt über ein großer Stamm. Naja. Wenn du vier Sitzungen ineinander setzen tust, dann wird es zu einem großen Stamm. Füchtenbaum. Und was du auch noch nicht wusstest, ne? Hm. Ist das jetzt hier? Ich brauche noch eine Person zu schlafen, momentan. Ah, so. Das geht noch ein gutes Stück nach oben, sag ich dir. Naja, ich seh's. Also, mir hab ich ja noch mal eingefragt, wie geiler sind, so kleiner Bohnen als so ein Riesen. Ja. Musst du sonst bissl in der Akazie gucken. Akazie ist nicht so schön zu bauen. Ja, aber das ist auch noch Eichenholz. So, mal unten beim Niklas auch noch Eichenholz die Sitzlinge waren. Das stimmt. Aber ich bin eher so Fichtenbauer. Ja, bin ich aber irgendwie auch, weil das Fichtenbauer sieht schon gut aus. Ja, ich finde, mein Tetsche wegzieht schon mal aus. Alter, ich seh gerade, wenn ich um die Kupferfarm ist am Laufen noch, ne? Nein, gar nicht. Äh, ich will jetzt nicht, wie du da raufkommst. Und es wird noch bald ein größeres automatisches Brennsystem geben, äh, Jason bei mir. Okay. Stimmt, und das wird dann mit einem Minecart System, äh, mit dem Lagersystem verbunden. Alter, ich eine bitte, wenn du machst, bitte bisschen Kohle spendieren, weil das Kohle ist teuer hier. Machen wir Bambus-Farm-Adrat. Also, Jason, das Lagersystem ist dann so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Wahrscheinlich. So, okay. Weil, äh, ich glaube, das kam sogar von Niklas die Idee, dass, äh, das, äh, dass die, äh, das, was gebrannt wird, automatisch dann, äh, mit einem Minecart rübergebracht wird. Und von dort aus wieder ein Trichter und dann in die, in die Haupt-Trichter reingeführt wird. Und dann ins Lagersystem eingelagert wird. Ja, die, die kam von Niklas. Genau. Hab ich doch grad' gesagt. Du wusstest es nicht genau. Entschuldigung. Ich hab nur gesagt, dass das stimmt. Äh, ja. René guck aus dem Fenster, also die Bomba. Die was? Die Bomba sind bei dir. Achso. Jo, Jason? Wie viel? Wie viel Reiz hast du grade? Äh, zwei Stacks locker. Kannst du mir mal ein Stick runterschmeißen? Ich frage kurz. Wo ist er denn? Ich bin hier unten. Weil, da kann ich nämlich dem Lagersystem mal sagen, hier, das heißt... Was Fichte ist. Naja, genau. Weil, ich hab jetzt Eiche und Fichte, das heißt, das kriegt das Lagersystem schon, äh, selbst auf die Reizle geschissen. Genauso wie auch, ähm, Sticks. Mhm. Es gibt den Autocrafter mittlerweile, ne? Ja, in der 1.20.2. Schade. 1.20.3, dann. Was kommt noch? Schade. Guck mal, ich bin noch nicht hier geblieben. Ähm, und dann werden noch hier, mit hier Unterkategorien dann noch hier, Woodblanks, Slaps, Treppen gemacht. Ähm, wobei die Treppen, äh, doch, Treppen-Slaps und sowas auch fehlt, weil... So, dann fangen wir mal an. Achso, halt. Ah, okay, ich hab nur 3 rausbekommen, die sind nicht wirklich bitter. Ist jetzt nicht so schlimm. Die sind hier noch 2. Oh, zack. Oh, zack. Mal, ich will die ganze Tapp drücken, mein Gott. So. Routenplanes. Waren wir gar nicht, weil ich nicht gespielt hab. Pff. Pff. Sticks. Hunter-I. Fassbo-Tap. Ja. Das war's schon wieder. Ja. Das ist nicht schön, Jason. Ich hab mir schon mit diesem Monat, mit ihnen 2-3 Wochen, mit denen ich mit denen hier resüme, ne? Ja. Über 27 Dollar mit zwischendrin genommen. Nice. Das ist doch gut. Zack. Da kommt die Sticks rein. Hier kommt die guten Planks rein, vom Fichtner jetzt. Dreck. Dreck. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt Baumstämme von Eiche und Fichte in das System mit reinschmeißen. Ja. Und auch guten Planks. Jo. Die, tu das System mit automatisch. Das Baum war nicht eingeschlafen. Weiß ich nicht. Unterfragen soll ich? Übernimmstest. Negativ. 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 Der Sohn lebt mich schon mehr. Der sohn lebt mich schon. Der sohn ist tot. das ist eine gute sprüche jedes mal zu spät in so eine kiste ja dreieinhalb stecks sollten aus mal gucken ob die blänkste drin liegen wo es liegen sollten jetzt im lagersystem und liegen sie schon richtig ich habe jetzt noch mit dem system gesagt fliegt nur als treffen können wo es reinkommt ich gucke es gerade nach jetzt muss ich mal kurz zu spüren und sehe ich dass das die kiste ist eine bildung geht in der scheiß baum ich will sie auch was machen Okay. Oh Komm schon, drei Zusätze hier im Bordkastor. Komm schon, drei Zusätze hier im Bordkastor. Komm schon, drei Zusätze hier im Bordkastor. Ok Leute, das waren 3 Halbbekistenmedaille schon voll an Cobblestone. Ich hab gefühlt eine halbe Kiste entleert. Ja. Das ist ein Hinterausgang. So, ich brauche nur sehr viel mehr hier anpflanzen. Was sagst du? Weißt du nicht? Ich bin Bombus-Fan. Und ja. So. Mangel hab ich jetzt auch nicht mehr. So. 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 gesetzungen das dachte ich mir er gibt es dann tun wir die holzsutten davon zu ziehen er gab es aber nicht diese feilen gab es auch feilen im buch oder nicht oder die seite weiterschlagen die seite nicht mehr weiterschlagen hier kommt sterben tust du hier erst wenn du 20 level hast ja dann bist du eigentlich meistens tot wenn du 20 level hast die pilot auf dem server können mit erfahrung sprechen ok wenn du 20 level hast du meistens tot bist so also so ging es mir ist mittlerweile noch kein beruf wollte nämlich im ofenboden machen dieses muster darauf das ist schon gut oder was das ist ein ziel hat die aus dem ziel locker sie schon besser aus finde ich Die haben einen Tab da mal kurz raus, sind da schon Skelette. Kritisch. Hab Monster an der Abfahrt. Das war's. Ich bin der Abfahrt. Ich bin der Abfahrt. Okay. Jetzt werden die fächten Stufen gerade eingelagert. Also wie ich es mir dachte, wie ich es eigentlich haben wollte, das macht es nicht, weil es sagt das System, ne, schau die dort rein, sobald die bestimmte Zeit der Items ist, werden die sind dort eingelagert. Ich hoffe, es kommt niemals der Beruf mitberufen, beinahe, ach, dann stinkt nochmal. Tja. Das waren jetzt 64 Ofen. Äh, du hast gesagt, du hast viel kommst und noch. Äh, du hast doch die Kisten gesehen. Ähm. Ach, ich würd sagen, wir sind gleich diese Mehrer noch. Äh, das glaube ich nicht. Ne. Dann werden sie einfach wieder aufgefüllt. Ich tu ja grad die nächsten Sachen oben reinschmeißen fürs System. So. Weil ich ja selbst zu faul bin dafür. Sind da drei Creepers? Aber Chase, ich komme mal schnell zu dir. Hä? Was machst du jetzt, Niklas? Ne, du? Äh. Ich hab wieder nur einen Fortruf von Eisen und so. Ja. Ich hab' zu viel gefahren schon, ne? Kann ich noch oder kann ich's nicht? Ach, du ne andere Sachen. Ja. Doch. Doch. Stradiv. So, wenn du mich nicht, wenn du bist, du bist ein Stein kotzen. Ist jetzt ne komplettes Inventar gewesen bei mir. Du, schon weiß. das finde ich gerade sagen so da nehme ich mir mal hier ein bisschen eisen jetzt noch mehr stein weil nämlich jetzt ist das was da drunter ist gleich die ende langsam zu einem stein so die restung die man noch macht habe ich alles oder was nein bei mir in der automatischen durchbringung so ein lager das kann man noch ein lager und blackstone ich will gar nicht wissen wie in normalen vanille diese 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 jetzt aussehen ich brauche alles eigentlich wofür der chip weg und verhandelt jetzt meistens naja aus sieht man richtig wenn ich meine kies der ist ja braun bei mir deswegen holz knöpfen denkt jeder wotter fack hast du einen schaden das passt so null zusammen aber bei mir halt schon so niklas im system jetzt gerade kupfer eisen redstone so ein klicks und ich kann nicht politische diurid blackstone und basalt und blätter kurz sagen dass ich das einlagern kann auch das heißt du kannst wenn du willst alles im kopf vor und so was schon drüber schicken so langsam um die kürze also kupfer und zumindestens die kürze also ich hab mehr öfen ich glaube ich habe jetzt schon mehr öfen gebaut als die kürze ja auch wenn ich das läuft ja längstens auch die kürze also ich hab mehr öfen ich glaube ich habe das ist automatisch halt ja nicht ja da führe ich mehr das kann ja noch ändern irgendwann mal also wir haben jetzt 40 kartoffeln voll gibt jetzt oft konkurrenziert oder was also niklas kannst du mir mal ein bisschen kartoffeln drüber schicken geben gebraten ungebraten ich guck dir vorbei einmal gebraten und einmal ungebraten kannst du generell ne menge von essen suchen was du brauchst ja weil ich das dann alles dem system äh zuführen würde es geht doch viele pingeln nämlich wer da niklas ja ich hole jetzt die sachen ähm und äh also ich sag dir dann was ich alles äh von dir drüben geholt hab da weißt du was ähm von dir drüben noch mit dir zu hinein könnte dann ja guck mal bei mir ist wohl selber ja das ist mir schon bewusst ich rede von einem anderen Zeugs vor allem die einen in blöcke umwandelt warum in blöcke umwandeln wenn das lagersystem hellenlang groß wird okay mach ich dem lagersystem ohne zuführen würde blöcke oder sowas oh was mach ich jetzt mit zwei öfen noch ein klager ich hab mir jetzt hier kartoffeln in beiden varianten genommen dann den gekochten fisch rot und melone also nicht den roten hier nicht in seinem nicht den unteren habe ich nicht genommen davon ist zu wenig aber das zeug kannst du dann mit dem ist nach und nach so 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 Und dann noch ein bisschen wasser. die lassen doch fast nein ich würde so entwickeln ich würde so machen Wie braucht man so einen Bambus genutzt? Du brauchst Bambus und dann Strings Die habe ich jetzt nicht Das ist natürlich müß Alles haben wir lassen Ich muss kurz was nachschauen Tue ich jetzt gerade Eisen zu dem Lager zufügen Also da habe ich oben Tue ich jetzt alles was ich Eisen habe unten in die Kiste drin lageren Das Lagersystem und die Errungenschaft Eisen erhalten, sagst du? Ja Das ist am ersten Tag vielleicht direkt so funktioniert wie ich es mir da gehofft habe Ich habe halt wie gesagt damit gerechnet, dass er anfing zu streiken und nicht das macht was es machen soll Ja 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 Heichenholz, äh, vor Zahndeben warst du bestimmt nicht, ne? Du musst die ganzen Gästen unten durchsuchen. Regime brauchst du ordentlich, ne? Ja, muss ich gerne nennen. Die hast du mal gehabt, äh, ich zeige, ja, ich denke, wie es schnee, frech. Oh mein Gott, 64? Ich schenke Glück auf den Stone. Oh mein Gott. F**k. Es ist murder. Go crazy, berserker. Mhm. Äh. Das war's für heute. Das war's für heute. Die benutzt man die denn? Das war's für heute. Das war's für heute. Master? Ja. Du bist wieder sehr leise, dann kurz gebeten. Das war's für heute. 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 Und dann wollte ich auf dem Boot unseren gesteckt, Lasselt. G Eeeh, bitte auf dich. Hey, yo, Jungs. Du, Jungs. Du, Jungs. jetzt auflösen mehr dadurch gibt es bitte ich bin jetzt seit 22 stunden wach das geht auch noch aber ich habe vier und halb Stunden bloß gepennt und überarbeitet das geht auch noch und ich bin ja gerade fast weg weil du wenn sie so wie jeder du bist aber ich würde gerne jetzt ab ich muss um vier aufstehen also keine ahnung du musst du uns hier aufstehen und da abnehmen ja doch das kann man erkennen dass es gerade ist was das ist doch gerade mann diese falschen glöcke mann so und das zahl geht dann zur nähe ja ja Okay. So, reicht natürlich nicht. So wie immer reicht es nicht. Top, das erste Bauprojekt ist fertig. Der Kern. Der Kern. So, ich habe jetzt ein Teil. Die Automatische Brennanlage ist jetzt gut fertig gebaut. Okay. 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 5x6 5x6 6x6 7x6 7x7 8x7 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 9x7 10x7 10x8 9x7 10x7 10x8 10x7 10x7 10x8 12x10 Okay. 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 Alright. Okay. Ja, das ist gut. Untertitelung. BR 2018 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ich habe jetzt komplette reihe von und 48 muss auch der steg von nichts kommt nichts Okay. Okay. Oh, du kannst mir das machen. Ich bin fast entrant. Ich bin fast entrant. Damit du nicht einmal die Lover schützt. Ja, du hast eine Lover schützt. Oh, Mann. Ja, du hast eine Lover schützt. Ja, du hast eine Lover schützt. Ja, ich bin immer wieder. Ja, du hast eine Lover schützt. Das war's. und Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's 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 für heute. Okay. Vielen Dank. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.